So, hallo, hallo. Funktioniert das alles? Ich hoffe es doch. Hallo. Ich mache noch schnell einen Tweet. Das ist aber nicht mehr so. Ich bin mehr auf der Beine. Ben ja, ich bin immer mehr zu mir. Ich bin sehr vielfältig. Heute kommt für die Beine. Ich bin sehr vielfältig. Das Bild und dann noch ein Link zum Stream. So, Tweet ist gemacht. Im Chat sind schon Leute. Hallo, hallo. Ich habe gerade schon meinen Spielstand übertragen. Ihr seht es an den Achievements unten, recht? Wir haben 26 von 77. Wenn ich ins Spiel gehe, ploppen die weiter auf. Ich wollte euch noch so ein bisschen daran teilhaben. Lassen wir jetzt die Achievements oben in der Ecke aufploppen. Wer Ghost of Tsushima nicht mitbekommen hat, ich habe das letztes Jahr auf der Playstation 4 gestreamt, als es erschienen ist. Es gibt jetzt das neue DLC. Ikki Islands oder so. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber das soll nochmal ungefähr so lang sein wie der erste Akt von Ghost of Tsushima. Also werden wir wahrscheinlich wieder so 10, 20 Stunden zu tun haben. Darauf freue ich mich sehr. Und das werden wir uns hauptsächlich angucken. Das Grundspiel haben wir ja zu 100% letztes Jahr durchgespielt. Und ich muss nochmal... Ich bleibe erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir waren. Aber es gibt ja glaube ich noch einen schwereren. Muss ich erstmal gucken, wie ich zurechtkomme und wie ich klarkomme. Und ja, vielen Dank an Playstation für den Key. Sonst würde ich nicht jetzt schon spielen können. Und ja, wir machen es ohne diese Zombie-VTuber-Kamera, weil ich nichts vom Spiel verdecken will. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist der Fokus. Das Spiel sieht schön aus. Und ja. Warum nicht? Dann ist es ja erstmal schön hier zu chillen und die Achieveins aufploppen zu lassen. War der erste Akt das erste Spiel oder war das... Das Grundspiel bestand aus drei Akten. Ist es heute auf Deutsch oder Japanisch? Wir lassen das Spiel natürlich auf Japanisch. Holly wird es wahrscheinlich morgen oder so spielen und dann auf Deutsch nochmal. Wenn ihr es da auf Deutsch mal hören wollt. Aber wir bleiben so, wie wir das Grundspiel auch gespielt haben. So wie ich alles gefeiert habe. Ghost of Tsushima ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Und ich spiele gefühlt hunderte von Spielen. Das ist einfach ultra cool. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe es läuft heute alles glatt. Ich kann das Spiel nur ein bisschen... Ihr wollt doch das Pling auch gut hören, ne? Pling. Mit Untertiteln, natürlich mit Untertiteln. Schlimmstes Japanisch ist jetzt sogar richtig lippensynchron. Seit der Directors Cut Edition. So heißt die Edition mit dem DLC. Ja, wenn man die PS4 Version hat, kann man glaube ich für 20 Euro auf die Directors Cut. Directors Cut Edition. Upgraden. Und wenn man auf die PS5 upgraden will mit Directors Cut, kostet das 30 Euro. Irgendwie so. Oder man kann das Spiel halt von Grund auf mit Directors Cut Version direkt kaufen. Und es gibt ja den Online-Mehrspieler-Modus, hier den Legenden-Modus. Den kann man jetzt einzeln als Spiel sich holen auch. Zumindest um Utternacht dann. Genau. Und alles sehr nice. Das New Game Plus habe ich noch nie reingeguckt. Können wir also vielleicht auch noch ein bisschen machen. Weil da gibt es sogar noch ein paar Achievements zu holen. Gibt es das Spiel auch auf der PS4 oder Laptop? Also auf der PS4 schon, aber auf dem Laptop nicht. Gibt es schon einen DLC? Ja. Deswegen spielen wir den ja. Und die Musik ist wieder schon insane cool im Hauptmenü. Oh, ich erinnere mich nur dieses Intro mit diesem Blumenfeld. Das war so nice. Ja, ich habe von der PS4 meine Speicherdaten übertragen. Äh. Nein, ich möchte nichts speichern im Hauptmenü. Genau, ich habe hier scheinbar 133 Stunden Spielstand. Könnte sein. Ich habe ja alle versucht. Ja, stimmt. Ich habe ja, nachdem ich so Richtung 100% gemacht habe, habe ich ja versucht, alle Blumen im Spiel aufzuheben. Aber das ging gar nicht, weil ein paar auch im Boden drin waren und so. Äh. Was war das denn für eine Ladezeit? Icky. Neuinhalte sind jetzt verfügbar. Äh. Erneutbare, erneut spielbare Duelle und Mongolengebiete freigeschaltet. Oh, man kann die Duelle wiederholen? Uh. Oh, wie cool. Man kann diese ganzen, äh, Mongolengebiete neu einnehmen. Ich weiß nicht, ob das zwischendurch reingepatcht wurde, aber ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Aber es ist ja super cool, dass man die alle wieder aktivieren kann, wenn man möchte. Dass man das alles unendlich oft wiederholen könnte. Ah. Und hier unten ist das, äh, Icky-DLC. Neue erforschbare Region. Ja, genau. Reise in die Vergangenheit. In dieser Siedlung geschieht etwas Verstörendes. Ich sollte dem nachgehen und mehr über die Ursache herausfinden, wahrscheinlich. Ah, cool. Konnte man irgendwie, äh, meditieren oder sowas? Ich bin überhaupt nicht mehr in der Steuerung drin. Verbeugen können wir uns. Ah, apropos Warte. Ich muss mal kurz für mich noch was umstellen. So, dass ich das Direct Input... Oh, ja, sieht nochmal besser aus. Sollte auch hoffentlich... Ja, sollte 4K sein. Äh, die Lade... Also, die waren ja auf der PS4 schon gut, die Ladezeiten. Ja, ich weiß, wie Aktivitäten funktionieren. Guck mal, es gibt neue Bambusstände, 4 Stück. Und noch irgendwelche Sachen, die gesperrt sind. Hier gibt's auch noch neue Sachen zum Sammeln. Eine Tasche, Erkundung. Aussehende Objekte fehlen jetzt auch wieder ein paar. Das war alles ja mal fertig. Fehlt zwei neue heiße Quellen, ein neuer Schrein. Okay. Oh. Ich will die Geistmaske eigentlich aufhaben, oder? Die haben ja so viel Zeug. Ich habe halt seit einem Jahr nicht mehr in diesem Spiel drin gefühlt auch, ne? Konnte man nicht auch die Stufe der Rüstung ändern, wie sie aussah? Aussehen, ah, mit Dreieck. Ja, genau. Ich will aber... Ich mag die Sakai-Rüstung für ihre Fähigkeiten, aber ich will diese Standard-Rüstung. Welche war das denn? Nicht die Kensei-Rüstung. Die Geist-Rüstung ist halt auch cool. Die Tracht des Reisenden mochte ich immer. Damit. Damit sind wir auch viel rumgelaufen, ne? Ja, ich glaube auch. Das hat so dieser Reisende Samurai. Den hat mir natürlich auch freigeschaltet. Den Fundoshi. Ah, ich freue mich. Das wird alles cool. Ist das Spiel laut genug, oder soll ich ein bisschen lauter machen? Noch ein bisschen lauter, ne? Hier selber kaum was. Äh, achso. Ja, ich hab's für mich hier auch hier leise eingestellt. Warte. So. Ist für mich lauter. Jetzt müsst ihr nur sagen, ob's für euch laut genug ist. Aber hier ist alles auf 100%. Ja, ja, ja. Okay, das sollte. Das sollte doch hoffentlich laut genug sein. Äh, Sekunde. Ich muss nur. Äh. Mich muss umstellen. Wenn nicht die Option jemals. So doof alles. Aber von dem. Da ist ja. Ich hab's gleich. Wir stehen hier einfach kurz cool im Wind. Dann klicken. Nein. Ah. So. Ich mach kurz meine Klima aus. Wir spielen erstmal kurz ohne Klimaanlage. Und ich mach die mir später an. Aber erstmal will ich nur den Gamesound haben. Eine Sekunde. Warum wir jetzt eigentlich warten auf bessere Tageszeit? Wie hol ich überhaupt mein Pferd? Ich weiß gar nichts mehr. Wir sehen uns gleich. Sekunde. Ich hab's jetzt wahrscheinlich ein bisschen rumpeln gehört. Gibt's ne Steuerungs-Auffrischung. Bei mir ist eiskalt. Warum brauchst du eine Klimaanlage? Weil ich einen PC hab und in einem Zimmer sitzt, das gefühlt ein Quadratmeter groß ist. Okay. Wir gehen mal zu... Wir fangen... Warte. Wir gehen zu dem Schnellen. Lagerfeuer. Und dann gucken wir mal. Boah. Es ist hier laut. So laut brauch ich's auch nicht. Okay. Wir können... Wir können's ein bisschen runterdrehen. Beim Auto können wir bestimmt auch so eine Art Nachtmodus machen. Die Geschichten von Icky sind jetzt verfügbar. Genau. Das machen wir auch gleich. Heimkino. Kopfhörer. Ah, egal. Wir sind Heimkino. Das ist ein Film. Laute Geräusche sollen laut sein. Das hab ich schon damals immer aus Versehen geworfen. Wie ändere ich meine Haltung? So hüpfig. So schlagig. Das ist der Ausweichschritt. R2? Ah. Ah. Ja, dann hab ich die Wasser... Ja. Was? Was? Ja, die mochte ich eher am meisten. So. Pferd. Pferd, 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 Pferd. Pferd. Und aufsteigen war R2, ne? Ja. Oh Gott, das ist auf Deutsch. Hilfe. Audio Sprache. Kurz ändern. So. Ja. Boah, es läuft so flüssig, dieses Spiel. Und es sieht jetzt schon nice aus. Okay, gehen wir nach Iki, weil das Spiel bedrängt uns sehr stark, dass wir nach Iki gehen. Das Spiel hat ja so ein System, dass es keinen Kompass oder so hat, sondern dass der Wind einem einfach sagt, wo man lang muss. Kann über das Gamepad bestimmt uns neu anzeigen zu lassen. Boah. Das Spiel hat ja jetzt auch für den PS5-Controller, äh, die, äh, Unterstützung. Heißt, ich spüre hier das ganze Reiten und den Donner habe ich gerade durch den ganzen Controller gespürt. Uiuiui. Haptisch, haptisches Feedback. Genau. Oh, ich würde gerne ein paar Leute bekämpfen. Oh, ja. So ist die Stimme schön. Oh, ich freue mich so. Das Spiel ist so gut. Wenn ihr auch nur jetzt das DLC-Con guckt und das Hauptspiel nicht kennt oder so, gönnt euch das Hauptspiel. Ist halt Playstation-exklusiv, aber es ist so gut. Und es sieht jetzt schon alles so nice aus. So, Leute. Kann man irgendwie auf... Es gab ein Lied, um Tag zu machen, ne? Es muss sich ausrüsten. Das, das. Kann das Wetter ändern? Ne, kann das Wetter ändern. Ich kann absteigen und dann nach rechts wischen. Ne, nach unten. Nein, nach links. Nach links wischen war es. Man müsste der Himmel jetzt aufklären. Die ganzen Wolken müssten sich jetzt auflösen und verschwinden. Ja. Ey, dieses Spiel sieht so toll aus. Die ganze Zeit. Allein so hier atmosphärisch so langsam rumzureiten. Ich freue, ich genieße jetzt einfach alles. Ganz gemütlich. Kämpfe bitte. Ja, Kämpfe kommen schon früher oder später. Wir müssen jetzt erstmal, äh... Wir begeben uns jetzt zum DLC. Von 1 bis 10, wie gut findest du das Spiel bis jetzt? Ich hab's schon auf Platten gespielt. Das DLC ist jetzt so neu. Und das ist mein Lieblingsspiel der letzten Jahre. Ach stimmt, es gab dieses Herausforderung. Oh, jetzt hab ich die herausgefordert. Ich weiß nicht mal, wie ich zuhaue. Ah, 3 gedrückt halten. Okay. Und sobald der angreift, muss ich loslassen. Genau, und dann kann ich das bei mehreren machen. Oh. Und dann kann ich mein Schwert cool wegstecken. Oder sein Leiden bänden. Könnt man anvisieren? Nein. Okay, aber man kann irgendwie... Oh. Parieren, genau. Und dann dreht der weg. Halt, wo ist mein Bogen? Achso, warte, ich muss das, das... Nein? Den Bogen will ich. Dann kann ich... Oh, den anzünden, ne? Oh. Oh, Ghost of Tsushima, ich hab mich so vermisst. Ich bin so froh, dass es noch eine PS5-Version gegeben hat. Deswegen hab ich es eigentlich nie weitergespielt. Also ich hätte ein New Game Plus und so auch reingeguckt. Aber ich dachte mir halt die ganze Zeit schon, ja, irgendwann wird es doch eine PS5-Version geben. Das Spiel ist ja am Ende der PS4 erschienen. Sieht alles so gut aus. Ich liebe es. So. Fertig, komm mal her. Ah, da vorne ist Karge. Und der Wind sagt, wir müssen dort links. Durch die Felder. Der DLC kostet, wenn man auf der PS4 bleibt, 20 Euro. Und wenn man auf die PS5 upgraden will, 30. Steinsumpfe ausguck. Ich will mich gar nicht mehr hier in dem Spiel aus. Ich hätte jetzt nur gerne noch Tag, anstatt die ganze Zeit Nacht zu haben. Ich glaub, man kann auch weite Strecken reisen. Oh, da sind Gegner. Kämpft. Ihr feigen Soldaten. Oh ja. Ach stopp, da gibt's doch den Modus. Den Dämonen-Modus. Und dann gab's doch irgendwie einen Foto-Modus auf irgendeiner Taste, ne? Wie ging Foto-Modus? Den würde ich gerne noch spontan haben. Ah, rechts. Rechts ist Foto-Modus. Okay. Was ist der Schwierigkeitsgrad? Äh, es kann sein, dass er gerade auf einfach ist. Das stimmt. Weil die sind, die wirken sehr langsam, die Gegner. Mittel. Tödlich. Ein einziger Schwert-Heap. Na, okay. Okay, wir bleiben auf schwer. Oh. Rögelung, Pferd. Wie im Grundspiel. Sorry, du verarschst. Ich wollte das Pferd nicht hauen, ich schwör. Ja, aber wir reiten einfach zur Quest anstatt Schnellreise zu machen. Ich will einfach so ein bisschen die, die Landschaft noch genießen. Wie viel besser ist es mit 60 FPS? Es wirkt schon sehr flüssig. Ich meine, ich konnte die PS4-Fassung ja schon, äh, auf der PS5 spielen. Die war ja auch schon ein bisschen flüssiger, aber die kam nicht auf 60 FPS durchgehend. Sieht schon sehr, sehr gut alles aus. Was ist das? Untersuche die Siedlung. Hatten wir Untertitel oder waren keine Untertitel da? Ich bin nicht sicher. Guck mal. Ähm. Guck mal, wir können sogar die Bildrate noch höher stellen. Ne, ne, ne. Kontrast normal, genau. Helligkeit passt. ADR brauchen wir nicht. Coding-Modus aus. Ah, guck mal. Man kann die Maske anzeigen in der Sequenz. Ne, das will ich nicht. Bogen und Köcher verbergen. Ja, gerne. Blut anzeigen. Ja. Tipp-Bildschirm. Ja. Was ist denn da Untertitel? Ah. Ein. Ja. Sonst ein bisschen verwirrend, ne. Was er sagt. Wenn das nicht Kage ist, dann ist das Kase. Ja. Ich glaube, so heißt das zweite Pferd. Konnte man nicht noch irgendwie die Umgebung scannen? Mit welcher Taste scanne ich die Umgebung? Ah ja. Untertitel sind da. Touchpad. Ah. Touchpad tappen. Ich sehe. Okay. Pfeile. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Und sehr viele verängstigte Leute. Kann mir einer sagen, was hier passiert ist? Keine Sorge, der Zombie-Samurai ist hier. Der Zombie-Samurai, ja. Kraftbomben, ein Schild. Aua. Fängt schön düster an. Oh, wer will kämpfen? Fuh. Schamanen. Schamanen begeben sich durch Singen in einen Trance-Zustand, um den Kampfgeist ihrer Verbündeten zu wecken, wodurch sie erbarmungslos angreifen können. Okay, also will ich, will ich einfach den abschießen mit dem Feuerpfeil. Warte, ich muss das Timing besser lernen. Ja, jetzt. Boah, das Timing ist ja jetzt so knapp. Hört mich wahrscheinlich nicht mal. Ich muss das Timing üben. Sekunde. Oh, das war... Wie hält man sich? Fallen nach unten, ne? Ja, genau. Okay, okay, okay. Ja! Und Peace! Ehhh, da kommen einige. Warte. Nein, der dodged. Okay. Der sieht auch schamanisch aus. Ja. Und jetzt kann ich noch das hier. Zack! Zack! Aua! Und den Feuerpfeil rein... drin stehen bleiben. Boah, ich bin so null in der Steuerung drin. Drück die ganze Zeit falsche Tasten noch. Ist's zu laut? Ich feier's aber sehr, wenn's laut ist. Also... Mach's schon Spaß. Oh, Jesus Christus. Oh, Jesus Christus. Oh, Jesus Christus. Oh, es ist Tag. Ah, mein Papa. Ah, das ist Juna. Was gab es? Ich weiß nicht. Es war ein Mokko-兵. Sie sind ein Mokko-兵. Sie müssen sich gegen den Tshima zu retten? Das ist ein Mokko-兵, oder? Wenn es sich in den Tshima zu entdecken, dann... Das ist nicht so. Mokko-兵. Mokko-兵 ist ein Mokko-兵, oder? Das ist ein Mokko-兵 und ein Mokko-兵. Das ist ein Mokko-兵. Ja. Ich bin ein Mokko-兵, aber es sei nicht zu sehen. Es ist auch, dass ein Mokko-兵 wird. Das ist eine Mokko-兵, und jetzt bin ich auf das Mokko-兵. Ich bin ein Mokko-兵. Eine geheimnisvolle neue Bedrohung hat auf Ikki-Wurzeln geschlagen, wo dunkle Geheimnisse und verborgene Beute auf jene warten, die sich an seine felsige Küste wagen. Ja, wir haben ein neues Muster für die Rüstung bekommen. Interessant, dass die Rüstung immer noch so lange laden wie auf der PS4. Ja, aber das Logo auf der Brust ist halt übermalt. Da sieht man es ähnlich, aber gut. Wenn das Spiel möchte, dass ich... Ich hoffe, ob ich da nur das Erste aussehen. Wenn das Spiel möchte, dass ich so aussehe, dann sehen wir so aus. Welche Farbe nehme ich für die Maske? Gold passt eigentlich ganz gut, ne? Ein Stirnband können wir auch noch gucken. Ach stimmt, es gab ja auch coole Hüte. Ganz vergessen. Ist der cool? Ja, ich brauche dann irgendwie keine Maske eigentlich. So ist cool. Mit meinem Bambushut. Mein Boot ist bereit. Boah. So nice. Ja Leute, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, wir spielen das DLC von Ghost of Tsushima. Das Grundspiel hier, Insel Tsushima, habe ich schon zu 100% durchgespielt damals. Und da unten ist der neue Inhalt. Die Insel Iki. Die war... Nicht ganz so groß, wie die Inselnstücke hier sind, aber ist ein DLC und den gönnen wir uns. Ich kann früher spielen, weil ich einen Key von Playstation bekommen habe. Vielen Dank nochmal an der Stelle und ja, machen wir weiter. Falls die Fragen noch öfter im Chat kommen, könnt ihr die gerne beantworten. Würde mir helfen. So, fahre ich mit dem Boot hier los oder wohin soll ich? Ach, da drüben mit dem Kleinen fahre ich. Ganz schön helles Licht. Mein Befehl hin. Sind wir bereit nach Iki zu gehen? Ich glaube schon. Du bist im Begriff, eine lange Reihe von Geschichten zu beginnen. Die Gegner auf Iki sind gnadenlos und stellen selbst den erfahrensten Krieger auf die Probe. Willst du wirklich fortfahren? Natürlich. Ich bin in die Brüder, die in die Krieger auf der Welt. Ich bin in die Kase. Das ist die Herr Schichten. Ich bin in die Brüder. Ich habe mich, wenn ich mich nicht auf Deutsch schüche, dann kann ich mich hinterher fliegen. Ich will mich sehr schnell zurück in die Brüder. Ich bin 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 in die Brüder. Kasa ist mit dem Pferd. Taken Hunter, deine Frage habe ich gerade vor einer Minute beantworte. Zuhören wäre vielleicht hilfreich. Nein! Brauche ich schon wieder ein neues Pferd? Und Credits, ja. Ach man! Ich hoffe, das wurde aber nur auf die andere Insel zurückgespült. Oh, jetzt ruft doch noch nach dem Pferd. Bestimmt hat es das geschafft. Das ist einfach nur für Drama. Boah, aber der Strand schon sieht so cool aus. Urlaub hier direkt. Ich leg mich in die Schiffstrümmer. Alles okay, Jin? Okay. Mögelchen. Hier gibt es voll viele coole Wildtiere. Dann kann man alle petten. Ich freue mich drauf. Ich will alle coole Tiere finden und streicheln. Ich liebe einfach schon wieder alles, wie es aussieht, die Musik, die Atmosphäre. Ein Schmugglerversteck. Ja, dann loot ich mal ein bisschen. Jetzt noch mal neue Pfeile. Eine Aufzeichnung. Irgendwie das Wasserspiegler hier. Vorräte. Damit hat man eingekauft, oder? Glaube. Alle mitnehmen. Äh, ich will normale Pfeile übrigens. So. Ach, ich habe ja einen Greifhaken. Stimmt. Äh, okay. So war nicht wichtig. Einfach ziehen. Oh, ich spüre den Widerstand im Controller. Der da ist. Haptisches Feedback und so. Oh. Oh. Was ein Opening-Shot. Die Insel Iki. Guck mal zu Palmen und so. Dschinkrieg. Untersuche die neue Bedrohung durch die Mongolen. Guck mal, da ist ein kleines Läffchen. Oh, Monkey. Wie ducke ich mich? Ach so. Monkey. Hallo. Oh, der Rinter. Komm her. Ich will dein Fleisch. Rennen, du kleine Affe, rennen. Gucken wir uns die Karte mal an. Pass auf, vielleicht schnappt er. Egal, krieg ich Affenpest. Die Legende des Geists hat die Leute von Ikki noch nicht erreicht. Hier kannst du deine Legende ganz neu schreiben. Erbe der Schande. Hier haben wir meinen Clan so verrufen. Das ergibt Sinn. Neue Erkundungstechniken speziell für Ikki sind verfügbar. Wir haben jetzt Legende erweitern oder ein verlorener Freund. Gucken wir erstmal nach dem Pferd natürlich. Nachdem unser Boot nach Ikki kenterte, wurde mein Pferd und ich in der Strömung getrennt. Ich sollte die Küste untersuchen. Ah, und hier kann ich auch schnell reisen hin. Was sind für neue Techniken? Ah, da zwei Stück. Ich habe noch einen Skillpunkt tatsächlich über. Also kann ich eins der zwei schon lernen. Folge dem Leitenden Wind, um Tierheiligtüme auf Ikki zu entdecken. Oder Folge dem Leitenden Wind und Bogen Herausforderungen zu finden. Dann gehen wir erstmal auf die Tierschreine. Kann ich jetzt danach scouten, wenn ich möchte. Ah, guck mal. Hier ist noch ein Skillbaum neu. Cool. Ich hier Aufzeichnung gibt es 25 mit Lore. Ja, fällt mir alles soweit ganz gut. Okay, meine Sakai-Rüstung ist einfach hier gesperrt auf dem Gebiet. Gibt ja irgendwo Sinn. Ich glaube, ich habe einen besseren Strohhut. Muss ich gerade mal gucken. Der ist doch ganz cool. Das sind ein bisschen viele, die ich habe, ne? Können wir nicht so eine Mongolen-Rüstung auch anziehen, damit die einen nicht angreifen oder so? So viel Rüstung. Das ist schade, dass es so langsam lädt noch. So einer ist natürlich auch cool. So ein riesiger Hut. Oder Topf. Was ist der, den ich mochte? Den fand ich auch cool. Aber wir bleiben mal beim Teller. Schnellreisen ist schneller als das Rüstungsladen auf jeden Fall. Oh, Leute, die gekreuzigt wurden. Ja. Was ein schöner Urlaubsort. Namen abhängen. Arroganter Urlauber antwortet nicht mal. Oh, hier sind überall Krippen. Das Licht ist sehr hell. So, wohnen muss ich für mein Pferd. Der Priorität Nummer eins. Oh, hier ist irgendwer. Da. Okay. Alle verlieren also den Verstand wegen dem Adlermann. Die waren wohl auf einem Kreuzfahrtschiff. Aua. Was ist da denn? Ich weiß nicht, es rennt so schnell. Bruder. It's a cat. It's a cat. Ich weiß nicht, wie ich zoome. Hallo. Oh, dass dieser Vogel endt zu Secrets führt. Ich erinnere mich an den Burp. Du musst mir einfach nur folgen. Ist das ein Secret? Menschen, die hier am Boden liegen? Da oben. Sekunde. Die Mongolen dürfen nicht hier Elite hier spielen. Oh Gott, das sind ja Ultra-Gepanzerte. Ich werde so K.O. gehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Willst du noch kämpfen? Nimm deinen Schlag. Ist echt langsam. Ja. Ich parry viel zu früh. Jedes Mal. Jetzt. Ich liebe dieses Eintreffer-Töten-Kampfsystem so sehr. Oh, Bär. Okay, er dreht um. Er dreht um. Alles gut. Gegner sind in der Nähe. Der Bär geht weg. Alles gut. Geh, Bär. Ich will nicht mehr im Kampf sein. Warte, ich hab doch... Den Bogen. Sprengpfeil, genau. So, kann ich dich jetzt aufheben? Ja. Gern gemacht. Was mit den Bären hast du nicht gesehen? So viel Ruhm geerntet, dadurch ihn zu befreien. Ah, den Kuhn ist dabei. Karte aktualisiert. Ort aus einem Gespräch hinzugefügt. Naja, guck mal. Mongolisches Gebiet kann ich erobern. Ist doch cool, dass ich einfach hier so random Leuten helfen kann. Und dann schalte ich nur das Gebiet rein. Boah. Ich will aber, dass die Entwickler nur noch ihr restliches Leben Ghost of Tsushima machen. Oder Ghost of alle Inseln aus ganz Japan oder so. Mir egal. Ich will einfach mehr. Blütenumarmung. Der Wind wirbelt auf seiner Reise Blüten. Ein neuer Hut. Okay, wenn wir schon im Urlaub sind, dann ziehen wir scheinbar das Urlaubskopftuch an. Let's go. So. Da hinten ist das Boot auf jeden Fall. Ich finde es gut, wie Blut benutzt wurde für den Weg, den man hochklettern soll. Das ist doch mal ein guter Kantenmaler. Gab es ein Statement zu einer Fortsetzung? Nee. Ich glaube nur ein Statement, dass der Legenden-Modus wesentlich erfolgreicher war, als sie erwartet hätten. Und so einen Chor zu schieben, aber würde ich auch nehmen. Ich mag beides sehr. Da ist der Bootensfahrer, oder? Begraben. Oh, cool. Das DLC spielt während der Story. Also es tauchen die Charaktere aus dem Grundspiel auf, aber es beeinflusst die Grundstory nicht. Man kann das, äh, sobald man Akt 1 vom Spiel abgeschlossen hat, kann man das spielen und ich hab jetzt auch das, äh, auch nachdem ich das komplette Spiel fertig hab, durchgespielt, kann ich das DLC spielen. Okay, Kase-Spuren im Sand. Oh, ich kann's immer noch nicht fassen, dass ich das gerade wieder spiele. Da, Hufspuren. Möchtiges Pferd. Ein verlorener Freund. Ach, diese Missions-Start-Screens macht dich so sehr arg. So viele Sachen, die ich in diesem Spiel liebhe. Okay. In den Spuren folgen. Hätte ich jetzt auch sagen können, wenn der Schritt gleichmäßig ist, dass es nicht verletzt ist. So viel verstehe ich noch. Halb ertrunken und danach direkt entspannt. Aber bestimmt sind ja Mongolen und umzingeln mein Pferd oder sowas. Woher jetzt so ein Pferd nicht zählt, was hier ist. Oh, ein Sattel abgestreift. Okay. Es soll bessere Pferderüstung in dem DLC geben, soweit ich weiß. Oh, das seht ihr schon. Wie kann so ein Spiel so gut aussehen? Das sah auf der PS4 schon so gut aus. Ein Schlunge. Kopf, wir sind nicht. Ich denke, dass es so gut ist, dass es in der öffene Staaten kommen soll. Aber das ist es, dass er in der App? Ich habe es. Aber ich habe das, dass ein Böhm auf und es ausgesucht, dass ein Böhm auf die Böhm auf etwas überraschend ist. Ich habe das Böhm aufgestrica. Das Böhm auf den Aden oder? Ich habe es, auf die Aden. Ich habe es in einer Böhm aufgetan. Ich habe es gel함! Wenn ein Böhm zu finden, dann sag ich dir, bitte. Pferd hat einfach die Schlange kaputt getrampelt Nice Pferdi 1, Schlange 0 Kamera ist irgendwie so weit unten Das soll wahrscheinlich so sein Wollte ich besser den Spuren folgen kann Ist ja wahrscheinlich so Nichts ob mein Pferd einfach in Mongole noch ausgeschaltet hat Wurde aber voll ins Gesicht gedreht Das Gewetter ja da hinten Pferdi Nein Der Charge ist immer durch Lass mein Pferd Das Pferd spielt jetzt DLC vor mir durch Ja Schaltet hier alle aus Ein Pferd beruhigt Oh Sturmritt Halt er in 1 gedrückt um den Sturmritt zu aktivieren und Gegner Truppen zu Boden zu werfen Attacke Ein Sturmritt verbraucht mit der Zeit Entschlossenheit Wenn du keine Entschlossenheit mehr hast, dürmt dein Pferd nicht mehr weiter Zum Angriff mein Hotte Hü Das zählt alles als Kills Einfach ultra strong Aus dem Weg Geringverdiener Okay Was mein Pferd kann, kann ich auch Ich bin so glücklich Du hast überlebt Oh nein Das ist so cool Gange macht Ein verlorener Freund abgeschlossen Technikpunkt verdient Meine Legende ist gut gewachsen Was ist alles cool Neu Geisttechniken und Verbesserung für Sturmritt verfügbar Achso Ach das ist die Pferdefähigkeit da unten gewesen Verringert Entschlossenheit Verbrauchsrate um 30% Sturmritt Treffer stellen mit einer Chance von 10% 3 Entschlossenheit wieder her Wird ein Gegner von Sturmritt getroffen, besteht eine Chance von 25% Gegner in der Nähe zu verängstigen Dass ich die dann auch sofort finishen kann Cool Ja Mach mir erstmal günstiger Warum nicht Ich finde es gut wie dieses Spiel halt dieses laut und leise einfach beides so gut nutzt Erst war es so richtig laut und dann so schön leise jetzt hier danach So Ich erreiche fort Sakai Also haben wir hier Ja wir sind ja auf der Insel irgendwie verbannt Also ist ja unser Clan scheinbar irgendwo hier bekannt gewesen Irgendwie da hoch 160 Meter Folgen wir einfach den Wegen Fühlt hier aus ne Ja Das sieht voll cool aus Die Grafik und so Ja Finde ich auch Ich umsonst eins meiner Lieblingsspiele Oh da sind Mongolen Es gibt ja nicht nur den offensiven Kampf Es gibt ja auch Stealth Ich weiß nicht ob das Gras tief genug ist zum Stealthen Aber scheinbar Wird es keine Okay Hey Hör auf mit deiner Ghetto Music Folg dir einfach So Jetzt müssen wir gegen dich kämpfen Schläge sind so langsam Ich drück schon extra spät Bald hab ich's raus das Timing Jawoll Haben wir irgendwelche Tiere verbrannt Okay Es gibt ja glaube ich auch so Rauchbomben und so Die sich auf Hand glaube ich wechseln Das ist ne Windglocke Damit kann ich Leute wohin locken Pulverbombe Böller Böller kann ich glaube ich auch mehrere Leute wohin locken Da hab ich glaube ich ein Blasrohr Genau Mit Giftpfeilen Oder Halluzinationspfeilen Ich kann die Zeit verlangsamen beim Bogen Stimmt Normale Pfeile Brandpfeile Sprengpfeile Und schwere Pfeile Schwere Pfeile können durch Helme durchschießen Genau Okay Und wie ändere ich meine Gadgets Ach hier Bruneishaftbomben Weg der Flamme Und Rauchbomben Genau Mit Rauchbomben kann man halt auch Leute dann easy ausschalten Oh Was ist da oben los? Port Sakai Symbolisches Gebiet Aua Es gibt auch noch perfektes Dodgen Wenn man ganz genau ausweicht Dann kriegt man so ein Zeitlupe Möglichkeit anzugreifen Oh Das heißt Pfeil Ich hab genug Heilung Um hier zu rum experimentieren Zum rum experimentieren Hallo Wow Okay warte Machen wir erstmal den da Oh der will die Geyser töten Hey Bro Okay Das können wir alles ja noch weiter üben Und es kommen ja bestimmt hier auch wieder ein paar große Duelle Wo man so eine richtige Lebensleister besiegen muss Sakai取te Anno Toki no mama da Da war noch Könnt's dir herausfordern? Warum sieht der mich? Oh Gott Dann fordere ich euch heraus Minya ist gewagt Gegen mich zu kämpfen Oh der hat so'n Doppel Klebe Welche Angst Aber easy Oh Junge Sind hier viele Oh Nicht gesehen Ich sehe das Problem An dem Musikzeug Sekunde Hier können wir uns mal kurz um Ah hier So So Angst Do gar nichts Do gar nichts Ich kann mich auch schon auf dem 24. Dann den Reveal angucken Machen wir auch im Stream Falls wer Bock hat mit mir zu gucken Könnt ihr also hier gucken Oder einfach natürlich auch die offiziellen Streams gucken Gibt's ja so ein Destiny Reveal am 24. So Ja Fahren wir weiter in den Weg Sehen wir da schon wieder irgendeinen mit so einer Lanze rumstehen? Wir kennen sie ehrlich gesagt nicht so genau Gehen wir einfach hin Weg So Jetzt hat die Musik vorbei sein Ne? Ja Häng aus So Da wir gerade genug haben für den Dämonenmodus Ich weiß nicht warum das Reh dazwischen gesprungen ist Bambi hatte keine Lust mehr Ist aber echt genau dazwischen gerannt Ne? Naja Da ist der Festungseingang Da geht die Story weiter Lass uns doch mal kurz die Hütte hier ausschicken Bisschen Stahl Ich weiß nicht wofür ich Stahl brauche Aber Mitnehmen kann man es Gibt's irgendwas was man so scannen musste zum Aufheben oder so? Ne ne? Okay Dann rein da Ab in zwei genügen Guck nicht so doof Ich weiß nicht warum das dann durch das Tor geguckt hat Oh automatische Herausforderung Okay Was ein Prank Wir kämpfen nicht ehrbar Aua Was ein Bait Mit dem Duell Ich will Okay Ich will Ich will Ich will Omae? Omaeが Ootaか? Ich habe die Kostelle, die der Kostelle gelegt, hat alles geschenkt. Die Kostelle des Kostelle ist tot. Die Kostelle des Kostelle ist tot. Das war's für heute. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich bin nicht so leid. Es ist noch lange. Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Es ist nicht so, was ich... Ich werde dir, dass ich die Heiligen Geist, und ich werde dir, dass ich das Heilige Geist. Ich werde dir, dass ich das Heilige Geist. Das war's für heute. Da sind wir so wohl auch schon? Ich habe damit gereicht auf die Führung. ... ... ... ... ... ... Ich habe, wo ich mit Chessie so über das DLC geredet habe, gesagt, dass ich hoffe, dass es mehr um den Vater geht. Weil im Grundspiel wurde halt immer so angeschnitten und es wurde auch diese Cutscene gezeigt, die hier schon ein paar Mal lief, wo er gestorben ist. Aber es wurde nie mehr über den Vater erzählt und es wirkt alles bisher so, als würde es mehr um den Vater gehen und das finde ich sehr cool. Hol dir deine Ausrüstung zurück. Ja, klingt nach einer Idee. Ah, da in der Kiste. Aber kann ich nicht mit diesem schicken Outfit weiter herumlaufen, wenn ich jetzt einfach rausgehe? Na gut. Oh, die Insel. Warte, ich muss die Insel ein bisschen angucken. Oh, da hinten sieht ultra cool aus. Ich sieh's ja auch immer, da wo Rauch ist, sind die irgendwie so Lager zum Einnehmen. Und da hinten sind so riesige Reisfelder scheinbar. Ah, warte, ich bin bei der Story. Alles gut. Der lila Wald da hinten sieht cool aus. Ich will die anderen Richtungen auch auschecken. Na egal. Na ja, viel ist davon nicht über. Hii. Hii. Ja, wann kommt ihr? Ich habe auch jemanden gebeten. Ichikawa-Sensei. Mein Vater war hier. Nein. Ich habe auch gebeten. Du warst auch hier. Hier. Tut mir leid. Und die Rüstung, die muss so aussehen, die ist von der Story her so. Das ist die Sakai-Rüstung, aber wo das Logo übermalt ist, weil der Sakai-Clan hier gehasst wird. Erreiche die Schlucht, um zu entkommen. Die Schluchtgegner. Ach, gar schon viel Blut. Das ist bestimmt gar nicht Yuna, sondern eine Vision. Das ist doch so. Das ist ja so. Ich habe ihn gebeten. Ich habe ihn in der Zeit. Ich habe ihn gebeten. Ich habe ihn gebeten. Ich habe mich gebeten. Ich habe ihn gesehen, der der Körsegelen. Tamao. Gehen! Ein cooler Bösewicht. Unsere Visionen können immer visuell ultra-cool umgesetzt werden, also bin ich gespannt, was da alles kommt. Da fängt ja schon cool an. Hier ist... Oh, wir sind wieder ein Kind. Zin! Wo ist er denn? Zin! Papa, ich komme. Ich komme. Ich habe mir alles geholfen, aber ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Gehen! Das ist危险! Ich bin hier! Ich bin jetzt! Ich bin mein Vater. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin mein Vater. Ich bin auf der Fisch. Ich bin auf der Fisch. Ich bin auf der Fisch. Der Fisch ist zu einem gewissen. Wenn ich ihn nicht verletze, ich werde die Familie von Kain nicht verletzen. Ich bin mir nicht verletzen. Ich bin nur einer, ich bin nur für die Kamei. Ich bin nicht verletzen. Ich bin nicht verletzen. Oh, sieht cool aus. Papa! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Du hast du verletzt? Ein neuer Freund, Weezo, oder wie er hieß. Tenzel. Ich bin der Fall, der Säumライ und der Säumat, der Säumat, der Säumat, der sich verraten. Ich kann mich auch sagen. Was sind die Säumat, der Säumat, die Säumat, sich für ein paar Zäumat? Der Säumat, der Säumat, der Säumat, der Säumat, der sich auf den Begriff, verraten. Ich habe ihn nicht verraten. Du hast du das, was du wissen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ich habe zwar nichts gemacht, aber gerne. Ihr seid jetzt sicher. Aufwind. Führe mich. Führe mich. ...wie dreckig die Beine von meiner Kleidung schon sind. Alles gut. Let's Plays. Rückkehr eines Plünderers. Das war's. Der Kett kann Stürmen. Äh, beide Seiten. Der Kett ist ja kein Beef hier. Was schreibt euch hierher, Mongolen? Verschwindet aus diesem Land. Wie cool ist der Fotomodus bitte? Na, wie fühlst du dich? Huch, wo ist dein Gesicht? Ja. Wenn man zwei Stunden zu spät zieht, dass Zombies streamen. Oh, was höre ich da schon wieder? Das will man ja gar nicht hören. Oh, was schreibtisch? Oh, was schreibtisch? Oh, was schreibtisch? Boah, wie dreckig wir sind. Wir sind aber so durch den Matsch geflogen. Invarious. Was machen die Schamanen nochmal? Äh, alle Gegner stärker. Grob gesagt. Bin auch noch nicht so sicher, inwiefern stärker, aber ich fand ihn nicht mehr so einfach. Besiegen. Haben bessere Haltung gehabt, haben mir Schaden gemacht, haben schnell angegriffen und so ein Zeug. Das nehme ich auch noch mit. So, wohin unser... Ach, da vorne steht er. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Ich muss ja, die haben sich ja nicht alle eingesperrt da drin. Achso, da lang willst du. Oh, ich sehe ja hübsch aus hier. Ei. Und... Äh, hallo? Okay. Akurkan Jin auch. Es ist anders, wenn die Felsen so schön angemalt sind. Alles gut. Wie viele Pranks die hier ins normale Gameplay einbauen. Ist unerwartet. Tante ist gut. Tante ist auch mit dem Plan. Der helllichten Tag da durchfahren. Sekunde, ich muss sie kurz looten. Bambus ist leider voll. Ja. 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 Egal, ich kann die alle parrieren. Falls ich nicht die falsche Taste drücke. Ich hab ein Schwert. Passt auf. Ne, versuch uns dran zu halten. Auch gar nicht so gucken. Sehr wütend guckt er hinterher. Ah, ich kann auch ein bisschen schneller laufen. Ich glaube, du hast nur noch ein sauberes Hemd. Passt. Kein Samurai sein. Got it. Warte. Kräfte Leiter noch. Kräfte Leiter noch. Ja. Ja. Ich werde mich nicht mehr, wenn ich mich nicht aufgehört, dass ich mich nicht mehr schlafen. Ich werde mich nicht aufgehört werden, und mich in den Geistigen. Ich werde mich nicht mehr verdient. K.T.Z. Ich bin das nach dir. Ich will mich nicht sagen. Wenn ich mich nicht mehr aufhören, oder was ich mich nicht mehr aufhören, dann muss ich mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Easy machen wir die fertig. Oh, da unten ist so eine Arena. Da unten rechts. Wir kämpfen mit irgendwem. Legende gewachsen. Standhafter Sohn. Das ist schon mal ein besserer Titel. Hal ist man der endlosen Reserve. Verdoppelt die Menge aufgerobener Munition beim Plündern. Ja, nett. Willst du kämpfen, Typ auf dem Dach? Ichi, die sind die Kloge? Ichi, die sind die? Ichi, die sind die Graf. Ichi, die eine Mordstück auf der Knoge mit den Bodens��i. Ichi! Ichi! Sarugami-Rüstung. Verfluchte Rüstung. 40 Meter. Ist ja gar nicht so weit. Ich glaube nicht, dass ich von hier unten herkomme, oder? Wind? Wind sagt, in die Wand. Hör die Geschichte von Funes Zufrucht an. Na doch, nach vorne. Und dann? Und dann? Ich bin der Karte von der Karte, der Karte aufgewachsen ist, und ich bin der Karte von der Karte ausgewachsen. Ja, der Karte von Karte. Ich weiß, dass du sie in den Karte aufwärtsst. Ich bin der Karte von Karte, der Karte von Karte. Ich bin der Karte von Karte von Karte. Aber ich bin der Karte von Karte, dass ich jetzt schon so auswärtsst. Ich bin mir über das Wissen. Ich bin mir froh. Ja, ich habe gehofft, dass es wieder so ist. Er schlug den Sein einer Gehörter und die Körner fern. Er hatte die Körner, und der Körner fang sie ab. Er hat mich zu trennen, und er wurde von der Körner fern. Er hatte seine Körner, und er wurde von der Körner fern. Der Körner fern ist ein Körner. Er hat sich als Körner fern, die Körner fern. Er wurde von Wörter fern. Untertitelung. BR 2018 Der ist für den Nacken des Kammes für einen Kammes. Der Riku hat der Kammesel und Reise mit dem Kammesel lege. Er ist für ein Kammesel und eine Kammesel, die der Nacken des Kammesel. Ihr hittet sich jedoch schon vor, Riku hat der Kammesel in Kammesel lege. Cool. Die Legende von Schwarzhand Riku. Ja, ein Schiff voll Kinder umgebracht und an seinen Affen verfüttert. Sympathisch. Die Legende von Schwarzhand Riku. Die Legende von Schwarzhand Riku. Die Legende von Schwarzhand Riku. Sie hat das Gefühl des Schwarzhand Riku. Sie hat das Gefühl von Schwarzhand Riku. Sie hat alles gesehen. Alles klar, Ghost, Silky, schönen Abend noch. Ah, sehr cool. Jetzt muss ich den Ort hier verlassen. Ja, dann nach Süden rausgehen. Gentnerzähler verlasse sie zufüllen. Dann gehen wir mal raus hier aus dem Dorf. Ja, so weißer Stein mit blauem Meer sieht immer ultra schön aus. Stimmt, wie wir hier auch alles aber nur plündern. Heimlich einstecken. Gibt's jetzt einen offiziellen Ein- und Ausgang? Naja. Nun ist Zugriff verlassen. Ah, ja. Genau, das ist der Mehrspieler-Modus. Mal auch vom Singleplayer aus reingehen. Oh. Direkt komplett andere Farben hier. Ach, ist es jetzt wieder offen? Ah, jetzt ist es wieder offen. Okay, ich verstehe schon. Suche am Taken no Tsui-ji nach Minato. Gesundheit am Gesundheit. Da hinten. Okay, kann ich da schnell Reisen machen? Ach, ja. Das ist Story, ne? Ja. Nee. Jemand gibt auf Ikki vor. Der Geist ist eine Überprüfe am Lager. Okay. Ja, machen wir erstmal die Story. Ach, man kann sogar selbst schon Bambus reisen. Viel zu nett. Das nervt mich bei Assassin's Creed gerade sehr, dass es so wenig Schnellreisepunkte hat. Ja, warum hüpfst du auch direkt darunter? Hase. Voll mystisch mit dem ganzen Nebel hier so. Ach, ich mag das Spiel. Bei Hala? Äh, ja, auch bei Odyssey schon. Genauso, wenn die Schnellreisepunkte gab. Äh, soll ich den Kopf einpacken? Oder warum ist der markiert? Das ist ein Hauptspiel-Spoiler. Achtung. Aber spooky. Ist das die Fortsetzung oder ist das das Alte? Äh, das ist ein DLC beim normalen Ghost of Tsushima. Also nicht Ghost of Tsushima 2. Wie im Titel steht, Ghost of Tsushima DLC. Oh, schwebt da ein Hut? Ah, nee, der steht auf dem Pferd oder so, ne? Ja. Das ist auch cool mit diesen ganzen Visionen. So, aber jetzt erstmal Geisterpiraten bekämpfen für Samurai-Rüstung. Guck mal, was ist da denn für ne Versammlung? Geht er sich einfach im Kreis, der Lümmel? Oh. Keine Musik. Oh, wie glockt man? Ah ja, genau. Ah, jetzt Angst haben hier was. Ganz oder gar nicht? Wenn wir die nah aufeinander stehen geschüttelt, steigt mir irgendwie gar nicht. Oh, das geht ja. Oh, was du da? Ich bin ein bisschenfindig. Oh, Leute. Üftelig nicht. Nichts. Das war's für heute. Stalker-Affen! Verschwindet! Oh! Guck mal! Sogar sehr stabil, der Aff hält ein Pfeil im Po aus. Ruhe dich bis zum Anbruch im Lagerfeuer aus. Achso, Anbruch der Nacht, okay. Chillen bis Nacht kriege ich hin. Es regnet halt nur ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob hier ein Lagerfeuer überhaupt funktioniert. Naja, bleiben wir doch. Kann ich nicht. Finde das Leuchten im Wasser an der Nordküste. Da waren wir wenigstens in die richtige Richtung unterwegs. Oh Leute. Ne, kämpfen muss jetzt nicht. Wir suchen eine Rüstung. Ich werde wahrscheinlich aber sonst mehr der Main-Story folgen. Obwohl, ne, ich habe glaube ich Nebenquests mal verpasst, als ich nur Hauptquests gemacht habe. Wie, wie, wie entriste ich da dieses komische hiermit? Schwert anzünden tötet nicht aus Versehen alles. So. Pferd. Komm her. Alles fein, ne? Da hinter müssen wir. Oh, da leuchtet es ja echt ganz schön. Das ist sogar ein Affe. Okay. Wenn der Affe schreit, dann kletter ich hier runter. Danke in der Tasche. 305. Vielen Dank für die lieben Worte. Wee. 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 Ah, cool. Easy. Mir geht's gut. Nur meine gesamte Heilung ist fast leer. Aua. Wenn jetzt gleich ein Duell kommt, bin ich ready. Folge dem leuchtenden Wasser. Okay. Wohin schwimmen wir halt ein bisschen. Das sieht schön aus. Überall sitzen hier Äffchen rum. Ah, die machen sich gegenseitig sauber. Ja, hallo. Hab gehört, hier wird ein mächtiger Samurai erwünscht, der eine Rüstung haben will. Oh. Da leuchtet's noch krasser, oder? Das ist so ein Duellplatz. Auf dem leuchtenden Wasser kämpfen. Ne, wir müssen scheinbar noch weiter nach vorne. Noch 30 Meter. Ja. Schön wie mein Hut das auch reflektiert, so ein bisschen das blaue Leuchten. Jetzt macht das nicht mehr. Na, in der Höhle. Geheimnisvolle, volle Höhle. Äh. Der viele Pfeile. Okay. Will ich den anzünden, oder warum will ich so viele Brandpfeile? Äh. 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 Schale entzünden. Okay. Ah. Eck Damage. Die Samurai-Fluch hin und her, achten sie manchmal ziemlich gruselig. True. Die sind, glaub ich, nur so gruselig, weil sie auch so menschenähnlich sind. Wie das nur kommt. Vielleicht hätte ich auch so gesehen, aber ja. Ist cool, alles anzuzünden. Okay. Warte auf. Der Junge ist eine Rüstung hingetragen. Da ist ne Feuerschale. Da vorne ist auch nochmal eine. Könnt dem Rätschirm einfach da unten lang gehen, aber... Nehmen wir die Erlebnistour mit. Achso. Die Vorräte waren Teil der Erlebnistour, okay. Immer ein paar Pfeile her. Was auch immer hier so rumschreit. Okay. Da hat viele Schätze geplündert, der Junge. Jemand hat eine Schriftrolle vergessen. Hier gab es wirklich einen Schatz, aber mit diesem verstauchten Knöchel komme ich hier nicht wieder raus. Und es fühlt sich an, als würde ich schon tagelang hier unten mit diesem Affen festsitzen, die mich immer verfolgen, mich in der Dunkelheit beobachten. Ich hätte Kashiras Geschichte nicht glauben sollen. Oh, da sind Elfchen, die hier runtergucken. Hallo. Kampf gegen den Affen-Samurai. So, das müssen wir wieder wegmachen. Und hier durch. Sehr coole Quiz bisher. Ähm. Eine Nachricht. Das letzte, was ich sah, waren Gesichter voller Hass, Wut und köstliche Angst. Danach löste sich die Welt in Tropfen aus Licht und Schatten auf und versank nach und nach in tiefer, allumfassender Finsternis. Und es folgte Jahre der Pein. Ich habe gelernt, die kühle, feuchte Dunkelheit zu lieben. Aber die Erinnerung an diese Gesichter befeuert meine Seele. Noch ist Zeit für Rache. Ich werde ihre Schmerzensschreie genießen. Wenn es soweit ist, auch wenn ich ihre hasserfüllten Gesichter nicht mehr sehen kann. So, wir sind jetzt aber nicht im Kreis gelaufen, ne? Ne. Drei Eisen. Da hätte ich auch jahrelang dran gesammelt. Drei Eisen. Da hätte ich auch jahrelang dran gesammelt. Da geht es wahrscheinlich weiter. Ja. Ganz schön hell, die Feuerpfeile. Keine Laternen. Oh, das sieht doch aus wie ein Duellplatz. Zeige dich. Duell in der Grube der Dunkelheit. Duell in der Grube der Dunkelheit. Duell in der Grube. Wie er direkt losgecharged ist. Duell zu verhaken. Klar, ich habe ihn noch einmal recht gut. Duell in der Grube der Dunkelheit. Das muss ergeworfen werden. Ich hab' nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Oh oh. Steht nicht so gut um mich. Ah, da hätt' ich zweimal dodgen müssen. Zeit für die Affe zu essen. Oh, komm her. Krieg's dir auf die Nase. Ha! Ja, die Moves kenn' ich noch auf jeden Fall so. Welche blockbar sind und welche nicht. Ich werd nur öfter ein bisschen öfter zurückbauen, wenn ich konter. Auch wenn's nicht perfekt ist. Gratis jetzt solch da nehmen. Ah, der parried mich dabei. Uh. Du willst gar nichts sehen, Junge. Krieg's. Komm ruhig her. Oha. Nein. Ja. Ja. Sarugami-Rüstung. Durchdrungen von der Kraft eines furchterregenden Affengeists, drängte er ihren Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Das erhöhtes Paradefenster. Ich leg die Rüstung nie wieder ab. Normales Parieren ist deaktiviert. Die perfekte Parade wird zu einer Kette von zwei Angriffen und perfektes Ausweichen fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Oh ne. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht leg ich die doch nicht an. Man kann nicht mehr nur... Also dieses, wo ich gerade geblockt hab und ihn weggedreht hab, das geht nicht mehr. Ich darf nur noch perfekt parieren. Uh. Man kann die ja noch verbessern. Man kann Gegner blenden und Entschlossenheitsgewinne werden massiv erhöht und die Rüstung sieht halt ultra fett aus auf Stufe 3. Und hat so schreiende Affen auf der Schulter. Oh. Ist cool. Den Helm muss ich halt dazu nicht anziehen. Ja. Hab ich genug davon? Naja. Ich hab mehr als genug, um das maximal zu upgraden. Ist schon lustig. So ne... Ich riskiere alles Rüstung. Eine von acht Bogen Herausforderung. Katzenheiligtümer. Okay. Sarugami-Helm. Ein zuversetzlicher Schutz gegen die Feinde der Sarugami. Suche Rüstungsschmiedung. Aber man muss das gedrückt halten, die Taste, ne? Rüstungsschmied. Ach, da ist ein Rüstungsschmied. Oh, ich kann grad keine Schnellreise machen. Bleib wachsam. Ich sah so ein Warnungsfenster. Hm. So. So. Gehen wir raus. So. 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 Sieht ja mal mega nice aus. Es ist auch mega nice. Ich mag das Game nicht umsonst so gerne wie ich's mag. Ich hab mich nicht umsonst sehr auf das DLC gefreut. Wir müssen eigentlich jetzt noch so ein cooles Western-Spiel machen. Aber mit Schießen so coole Stellen darzustellen kann auch Samurai ist cool. Ich kann auch von mir 100 Samurai-Spiele machen. Ich kann nicht mehr parieren. Nur noch perfekt parieren. Oh, ich kann zweimal dann. Das ist schon... Uh. Muss aber halt echt gut timen, sonst krieg ich halt einfach Schaden. Will noch keiner? Na komm, noch keiner. Ja, ihr habt nur ein Problem. Ich hab den Geister-Modus. Muss nicht mehr perfekt parieren. Ich liebe die Rüstung. Das gibt übrigens noch verschiedene Haltungen, ne? Für verschiedene Kampfstile. Oh, ich dachte, ich krieg Schaden, wenn ich nicht perfekt... Ah, ja, wenn ich mich imponiert, das will auch nicht. Kann ich überhaupt? Hallo? Hör mal auf, mich reinzupiksen. Ah, aber Feuerschwert. Ah, du bist er. Hui. Cool, dass man die Rüstung noch mal so ein bisschen testen durfte hier. Bluch und Segen zugleich. Ja. Vogel? Vogel! Hallo? Ja. Wo ist Secret? Führe mich, Vogel. Ja, 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 ja. Hier hoch. Okay. Erstmal abgesehen, die Rüstung. Ja, machen wir gleich. Oh. Oh. Ganz schön schwer, dem Vogel zu folgen, wenn so ne... ...Psycho-Oma ins Ohr flüstert. Ich glaube, er ist da hochgeflogen. Erinnerung an Puma. Das sieht richtig aus. Ah, da ist auch der Vogel. Und da ist wieder der weiße Hirsch. Es heißt, wieder etwas aus meiner Vergangenheit zu sehen. Irgendwo hier. Ja, Papa. Ich hole ein bisschen Sarke. Bist du Sarke? Wo muss ich hin? Papa. Wo ist der? Da. Ja. Hallo? Ich wollte einfach den Weg scheinbar. Guten Tag. Ich bin hier. Ups, dankeschön. Ups, dankeschön. Ja, ich verstehe schon, warum Jin seinen Vater eigentlich nicht so mag. Und der Vater versucht, wahrscheinlich halt irgendwie so Frieden auf der Insel herzustellen, aber alle Plündere abzuschlachten, hilft halt auch nicht irgendwo. Auch nicht die Lösung. Das ist bei der Insel herzustellen. Das war's für mich. Das ist nur diese Höhle. Kannst du dich hören? Na, geht's! spielst du das Spiel? Immer noch zum ersten Mal das DLC hier. Ich hab's damals einmal auf Platin gespielt und dann nicht mehr jetzt bis zum DLC. Ach guck mal, sogar das Duell kann ich ja theoretisch wiederholen. Hey, Rüstungsschmieden steht da. Okay, gehen wir dahin. Um was geht's in dem DLC? Um die Insel Iki und die die mongolen Anführerin der Adler. Die uns ein Gift ein... Beziehungsweise die alle einfach irgendwie vergiftet, dass die an so Halluzinationen leiden. Die wollen wir beseitigen. Okay, ah, da ist der Schmied. Die Schmieden. So, äh, bitte die Rüstung einmal upgraden. Genau, guck mal, das Parieren wird einfacher, wenn ich's jetzt nochmal upgrade. Und wenn ich das nochmal hole... Ja, krieg ich wesentlich mehr Entschlossenheit und kann Gegner nach nem Parry dreimal zuhauen. Jo, der Affenhelm, der ist ja insane geworden. Hab ich gar nicht gemerkt, dass der Helm auch so krass wird. Hab' man gar nicht gesehen, ne? Hab' man mal einen Affen auf dem Kopf. Äh, Kleidung, Maske... Affenmaske. Jo, der Affenkönig. Ich brauch' Farben dafür halt. Ob's hier einen Farbenhändler auf der Insel gibt? Wen nennst du hier Spitzkopf? Ja. Cool. Ja, jetzt sind wir... Beefy. Was ist das? Sakai Pferderüstung. Ah, ist auch ne mythische Geschichte. Wenn ich für mein Pferd so ne Horst-Armor-DLC holen. Ja, schau mal kurz mal. Guck' ich mal gerade kurz, ob ich irgendwie Nachrichten hab' oder so. Okay, kurze Pipi-Pause. Wir sehen uns in zwei Minuten wieder. Ich mach' euch währenddessen noch nen Poll. Äh, was machen? Pferderüstung. Haupt-Quest. Ne, Quest. Umfrage geht drei Minuten. Wird in drei Minuten wieder da. Bis gleich. O, Na. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das kann ich mir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verraten kann, ob ich es nicht verraten kann. So, wie sieht's aus? 77% sind für die Pferderüstung, 13% für die Hauptquests und 10% für die Nebenquests. Alle wollen Pferderüstung, okay. Okay, machen wir erstmal die Horse Armor. Mythische Quests sind aber auch nice. Das Vermächtnis von Kazumasa Sakai. Obwohl ich eigentlich Pferde so ohne Rüstung generell mehr mag. Wenn man so eine Option hat, immer so Pferdenrüstung anzulegen, mach ich's eigentlich nie. Wenn's nie so cool aussieht. Pferd an sich sieht doch schon cool aus. Dörfchen. Vogel. Was will mir der Vogel zeigen? Säule der Ehre. Also, wenn wir so ein Schwertskin, ne? Ach, schon, jetzt gibt's mal Schwertskins ganz vergessen. Ja, man. Der Steinmetz. Bescheiden und doch stärker als ein Prinz. So, da ist so eine kleine Trinkflasche dran am Schwert. Oh, warum nicht? Sticht bestimmt überhaupt nicht raus hier. Ja, es geht. Gibt's Schlimmeres. Der Wind sagt, ich soll da lagen. Gibt's auch einen Weg ohne mein Pferd, ne Klippe runterstürzen zu lassen? Ah, scheinbar nicht. Fertig? Ja, fertig. Was machst du, dass er beim Reiten manchmal die Hand hier so durchs Feld streift auch, ne? Ah, halt nicht immer. Ganz schön weit weg. Weiß jemand, wie weit zu mir in dem DLC ist, was storymäßig abgeht? Äh, storymäßig haben wir so die ersten ein, zwei Hauptvisionen gemacht. Und dort haben wir den Bösewicht getroffen. Der hat uns ein Gift verabreicht, was uns permanent hier eigentlich beeinflusst. In dem wir die ganze Zeit Halluzinationen und Schuldgefühle haben. Wegen dem Tod unseres Vaters. Jetzt haben wir uns gerade von der Rüstung ablenken lassen. Und jetzt lassen wir uns von Pferder Rüstung ablenken. Erstmal mal ne Rüstung testen, ne? Nur noch Perfect Parries. Oha. Er darf ja drei Konter. Und war alles von denen ja. Ruhe. Ruhe. Da sind bestimmt noch ein paar Gegner. Ich wollte nämlich nicht verneigen. Verletzte Gegner mit einer Schwarzpulverbombe. Hand. Schwarzpulverbombe. Eine hab ich. Schafft. Wo ist Mr. Music? Da ist Mr. Music. Ein bisschen zu viel hier los. Warum sind hier 100 Stück? Nein, ich hab... Ich hab den Finisher gedrückt. Ah, danke. Kann man auch durch. Ich wollte aber nur keine Musik mehr. Uh. Das ist so ein nice Doppelspin. Komm mal ein bisschen, der Typ. Hergucken. Oh Gott. Ich blende hier mein ganzes Interface aus. Ja, irgendwie mag ich den Mehrfach-Konter aber auch nicht. Der normale hat sich stärker angefühlt. Im normalen Konter war alles immer One-Hit und jetzt brauche ich irgendwie zwei Schläge für die Gegner. Kann doch nicht sein, dass der stärker ist. Ah gut, ich hatte eine Rüstung da vorne, die halt Schaden erhöht hat, ne? Das macht die jetzt nicht mehr. Ich seh schon, dass DLC später nochmal komplett abbreiten, um alle Schriftrollen aufzuheben, die wieder hier irgendwo in diesen Lagern liegen. Weil man die aber nie sieht. Ja, der Loot war nie so die Stärke von dem Spiel. Ich habe immer nur so aus Versehen eher aufgehoben, die Sachen. War halt so gerade neben mir und die Taste hat geleuchtet. Ist das ein Ort zum Einnehmen? Ja. Wer fehlt mir da noch? Na oben, die. Ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir es auch fertig machen. Ich mag den Gesang, aber eigentlich von dir, der klingt echt cool. Dark Souls. Kämpf gegen den Affenkönig. Eins. Zwei. Drei. Natürlich legt der jetzt wieder mit seinem Gegurkel los. Ja, der rennt immer weg und dann macht er sein komisches Wurgelkram. Tod kriege ich auf jeden Fall einen Gegner mit dem Parry. So ein einzelner Parry zum Töten wird cooler. Haben scheinbar gewonnen. Oh, jetzt fischen die hier und alles ist schön. Legende erhöht. Hallo Bambi. Was geht ab? Oh, er will's petten. Petze Bambi. Okay. Bambi sagt nein. Tschüss. Erstmal den Arsch beißen. Tschüss. Reheiligtum. Warte, ist das eine Aufgabe hier? Ah, blöde Spiel. Können wir uns jetzt wieder musizieren? Geh schon mal ein paar Meter hinter, um Platz zu haben. Okay. Bin bereit. Hoch und runter. Ich fang gerade sehr schrecklich. Wird's mal absichtlich rausgezogen. Ich hoffe, es sind eigentlich sehr schrille Geräusche, wenn man daneben haut. Ich hoffe, es ist ein kleines Rehe. Du bist gut. Jo. Den Max am liebsten aus dem Freedom Squad-Zomber. Mich. Karl ist Mann der Sicht des Sugarus. Mit dem Segen, dass Reikami können Bögen bis zu drei Pfeile gleichzeitig abfeuern, wenn genug Munition vorhanden ist. Voll viele Bögensachen einfach in dem DLC. Wie ich trotzdem nicht. Zählt nicht nach Spielen-Fragen zu den Spielen. Nö, wenn du jetzt was zu Tsushima fragen willst, hau raus. Also sowas wie, wann kommt Isaac oder sowas. Jeder, der jetzt mega lustig ist und wann kommt Isaac, schreibt, darf sich ein Time-Out holen. Gefarius, ich gebe dir die Kraft. So, erstmal ein Vogel hier folgen. Fühlt mich aber wahrscheinlich eh dahin. Ach, das ist wieder so eine Bogen-Challenge. Okay. Lachen wir machen. Ich will, ich will noch versuchen. Direkt neu auf, direkt aufgeben. Oh, ich habe, ich habe abbrechen gedrückt, direkt anstatt Zeitlupe. Okay, nochmal. Oh, es ist schön, dass man die so schnell abbrechen kann. Ich weiß nicht, ob man da drüber schießen kann. Nein! Ja, wenigstens Silber. Sehr nice. Erstmal Silber-Medaillen muss mir reichen. Äh, Pferderüstung. Nein, nein. Ja, ich weiß, wie ich Charge spiele. Ja, bitteschön, ich habe es einmal gemacht. Ich hoffe, es mir jedes Mal zu sagen, wenn ich auf mein Pferd steige. Ich sehe etwas im Chat, das du wegklicken darfst. Ja, aus der Hinrufeier. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ich sehe, wie ich in der Hinrufeier ist. Ich sehe, wie ich in der Hinrufeier binde. Ja, irgendwie merkwürdig. Also, es gibt diese Insel. Ja. Iki. Und der eine Samurai-Typ, mein Vater, kam hierher und wollte einfach alle Plünderer loswerden. Und warum sind irgendwie, was weiß ich, 30 Jahre später nur noch Plünderer auf dieser Insel am Leben, wo sind Menschen normale, die nicht Plünderer sind? Scheiben, hat der Vater einfach alle als Plünderer gesehen. Auch die normalen Leute. Na, hören wir uns mal die Geschichte an. Bin da. Da ist mein Papa. Oh. Ja. 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 �貝忠 oh Gehlohner Saakai war, Wana ehtutubi, da. Sollarakomamon, Muzan ni shindu. Shito kiri to sega le nomi, Tad, Ikki nobori, Nige otta. Fikio omono yo. Tiohiyo moosu na! Sudete, Zaregoto da! Orewa, Senjou Dani no de. Kono me de, Shijiu, Mi tan da. Ore moda. Do ouyuuto da? Waga na wa Saakai Jin. Saakai Tadashi no Chakunan. Tiohiyo, Iki o siku o to na sa le. Siku? Siku oko lo shite ka? Orela ko so, Ono o Adada de kai shou te. On nan te kanzi ja ne. Kata ki uchi no ta me ni iki ni kita nada na. Uso tsuki de o aru ga, Teik to ste kiri ki wa na i. Mada teiki ja na i da. Ya me to kure. Malu de inu no kenka da yo. Kata ki uchi de o na i. Tazke ni kita no da. Tiohiyo no uma yoroi no koto da ga. Ano hii lai, Yuki mata si lasu. Darum na. Arika o shiitai. Oota ka zoku to tatakau tame ni tzikauu. Samurai ni o shiit kurai nara shiit hou ga machi da. O Samurai, mo dete kure. Oh, da laufen sie zu dritte auf mich zu. Die unbewaffneten Dorfbewohner. Das Vermächtnis von Kazumasa Sakai. Äh, wir spielen heute bis zur Mitternacht. Grob, denk ich. Und am Morgen früh einfach weiter. Wird einfach rausgeschubst. Okay, ich bin nicht willkommen. Kann ich verstehen. Ich lauf hier so zufällig... leichten Bogen, ja? 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 Von oben einfach zuhören können. Bin einfach dem Teil vom Spiel gefolgt. Ich bin nicht willkommen, okay. Hat's einfach oben schon geschafft? Keine Ahnung. Ich war einfach von oben zu fertig. Was ist das? 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 Hör auf herzuschauen Okay Escape Jawohl Okay Äh Okay Ja ich muss die Rüstung hier finden scheinbar An der Küste unten Ach da hinten sind die drüber okay I see Jetzt mit der neuen Dark Souls Rüstung Ja mit einem kleinen Affen auf dem Kopf Bin der Affenmensch Was ist das denn? Ist da kein Banner Sowas gibt es also auch Wir müssen runter aber irgendwie so dass wir nicht sterben Ah ja Jihau Ja wahrscheinlich einmal über dieses Schiffswracks klettern Soweit es geht Wäre jetzt spontan mein Gedanke Wenn wir hier sowas suchen Wenn wir hier sowas suchen Kann ich da dran schwingen? Nein Aber ich seh dass da ein weiter Weg ist Hallo Spiel Einfach da hoch Einfach da hoch Nein Okay Einfach da ran Na Komm ich seh Da steht R2 Was willst du machen? Willst du es umziehen? Was habe ich jetzt davon? Komme ich jetzt von der anderen Seite da hoch? Scheinbar Ah jetzt darf ich mich dranhängen Nachdem ich das um Okay ich wollte vorher schon mich dran ziehen Dranschwingen Bisschen Leder Alles so gewollt? Einfach eingesprochen Ah da können wir durchschwimmen Ja ist eingebrochen damit man da schwimmen geht Ich verstehe Wie gut der in die Richtung zeigt Und jetzt reißen wir das hier wieder um Richtig unauffällig dass wir hier unterwegs sind Äh Ah da muss ich das Ding wieder umreißen Ich verstehe schon Ist da Ja Ja Gut gemacht Nefarios Bin stolz Wir brauchen für den 24. auch noch irgendeinen Clip wo ich ja sage dass es sich lohnt mit Destiny anzufangen Das wären da auch viele Fragen Nein jetzt muss ich nochmal in Kreis laufen und dann darf ich da rüber schwingen Hallo Mischeru Unterstrich 2 Gib mir die Pferderüstung Gib mir die Pferderüstung Aber es ist mein Papi mag nicht Äh Spirid Let's Play ja genau Hab ich vorhin zwar einmal erwähnt aber da warst du ja noch nicht da Die ganze Alles ist mit haptischer Steuerung Ich spür auch in den Cutscenes alles an Bewegungen und sowas Ultraculo Sehr spaßig Und hier hat es auch so Widerstand bei dem ziehen Genau Ein bisschen Schwung und zack Da ranhängen Ei 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 Äh da rüber und dann da rüber Hoffentlich nicht fortgespült werden Hoffentlich hat ein Monster getrunken Stimmt Eine Energy könnte ich mir gönnen Das wäre eine Idee Likesa Au Schwimm ich halt da rein Wollt auch nicht Wollt auch was will dass ich hier reinschwimme Ne Vielleicht auch nicht Der PS5 Controller in alle Spiele so gut eingebaut Kommt auf den Entwickler mal drauf an Aber eigentlich bei den meisten Spielen ist halt gut Gibt ein paar Spiele da ist halt echt supergut Doppelgut Dreimalgut Hä? Ach da langwillig Hab ich gesehen Bist du mit dem normalen Ghost of Tsushima schon durch? Ja seit einem Jahr ungefähr Ja wo es rauskam Hab ich es durchgespielt Gestreamt Kann man alles auf meinem Streamkanal nachgucken So da oben muss die Rüstung doch liegen Das Brot sieht fancy aus Nice Okay Ein Geistertuch und ein Helm für mein Pferd Sakae Pferderüstung Geschmiedet um das Furchtlose Kriegsrost von Kazuma SA Sakae zu schützen Ja, ist Playstation-Explosiv, das Spiel. Da freut sich mein Pferdi schon. Ja, Dermon Ross. Ich weiß, wie ein Charter-Attack geht. Mit ausgerüsteter Pferderüstung fügt Sturmtritt noch mehr Schaden zu und gegnerische Angriffe werfen dich seltener vom Pferd. Ah, das ist also wirklich noch ein Upgrade, nochmal. Okay. Charge! 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 Jaaaaaaatsch! Jaaaaah! Zum Angriff! Hau! Legt euch nicht mit dem Todes was an! Wicke ich bereit bin! Ach, das Wörter ist... ... also ein Ma-Jö-Li? Möse... ... der Ma-Jö-Li? ... der Ma-Jö-Li? ... der Ma-Jö-Li? ... der Ma-Jö-Li? ... Das war's-Din? ... Ich weiß nicht, was ich mir nicht so fest? Ich weiß nicht, dass ich meine Eltern so gut fühlen... ... und alle hier zu sehen... ... und wir leben, den Todes zu mir gekommen. ... und ich will uns verletzen. Jetzt sind alle Freunde gekommen. Darum hat das Pferd 20 Leute tot getrampelt. Schätze der Vergangenheit. Mein Achievement. Achso, übrigens ich muss im Foto-Modus ein Filter einsetzen scheinbar. Töne da. Ach. Da da, Platin-Trophäe. Hatte ich ja noch von der Playstation 4, aber es hieß irgendwo auf Twitter, dass man einmal im Foto-Modus ein Filter benutzen muss für die Platin-Trophäe, wenn man sie schon hatte. Weil das Achievement dann nochmal getriggert wird. Also nur weil man schon alles hatte auf der PS4, nicht bei jedem, ne? Ja, sonst dämlich. Händler, vier neue Aussehen-Objekte. Auf zum Händler. Ich will, ja, gucken wir erstmal die Aussehen-Objekte an. Ich will aber die Rüstung eh ablegen. Affe ganz lustig, aber ich will Samurai sein mehr. Okay, was ist ein Händler von euch? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Hallo? Hast du ein Händler? Aufzeichnungen. Will ich hier? Okay. So viele Leute sind hier nicht. Hallenständler und, ja, und Steller und Händler. Vielleicht oben. Da! In der IG einfach. Rüstungsfarben. Äh, darf ich die auch sehen? Uh, die ist cooler, die Farb-Variante. Komm. Für die Ronen-Rüstung nochmal zwei verschiedene Farben. Prüte. Listiger Händler. Jeder in der Fülle. Brauchen wir Blumen. Schwert, äh, Kuss der Spinne. Okay. Ein paar Blumen müssen wir noch sammeln. Ja, jetzt können wir jetzt mal im Inventan gucken, wo auch hier. Da, so ist basic. So ist neu. Ah, wenn das nicht mal so lange laden würde, könnte man es besser vergleichen, aber das sieht einfach aus wie ein Upgrade auf jeden Fall. Sehr viel goldener, wie goldene Affenkrieger. Ist cool. Ah ne, ich will, ich will Plot-Armor tragen, umgefärbte Sakai-Rüstung. Genau. Maske des Eroberers. Das ist, äh, von der Mongolen, ne, Maske, ne? Also, ich bin hier mit meinem Papa. Ja, aber dann ist so. Ah ja, guck mal. Ja, Rüstung, ne? Und, puh. Widerstandskraft gegen Angriff erhöht, 50% mehr Schaden. In der Chance von 10% 3 Entschlossenheit zu bekommen. Und dann gibt's hier... Ah, wenn man die Sakai-Banner sammelt, kann man sich hier ein paar Farben für freischalten. Das größte Problem ist nur, dass wir die coolste Farbe schon haben. Schwarz-Gold. Ja, dann will ich gar nicht so sehr. Aber ich sammle ja eh alles. Krieg aber keine 100%, weil ich die Bogenprüfung nicht schaffe. Ich hoffe, ich sehe es schon kommen. Was ist das für ein Symbol? Ist da kein Banner. Achso. Ja, dann gehen wir jetzt zum Main. Wir können auch das hier noch mitnehmen. Oder wir können einfach aufhören zu spielen. Wie wärs da? Ah, da ist es wieder da. Was auch immer das war. Später sagte, nö. Ja, gelingen wir uns mit dem anderen Geist an. Wie er sich auch immer als Geist ausgibt. Oh, ist cool die Pferderüstung. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss meine Klima anmachen. Es ist 32 Grad. Ich sterbe. Sekunde. Aufmerksamkeit, das ist wichtig. Ich favorite beings mir. Ich meine wir Cardinals, be3姐 St. Bis zum nächsten Mal. Ich kannслиmer oder airliner zu дов Сп nächsten Mal also. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tern anzünden glaube ich nicht, sonst wären hier irgendwie so Feuerpfeile auch die rumliegen. Da brennt schon Licht drin eigentlich, oh die sitzt sogar an, man sieht es nur sehr schlecht. Vielleicht hat das was mit Rüstungsfarben zu tun, ich will mich aber nicht umziehen, vielleicht muss ich dem Nebel hier folgen, das ist eine ganz leichte Nebelspur gewesen, ne ich glaube das ist aber normaler Nebel, der ist hier überall, dann muss ich hier einen Vogel abschießen, muss uns hier lustige Leichen rumhängen, das Pferd steht auch lustig an der Klippe, sind auch alle irgendwie gerade nicht mehr da, ne. Die haben sich hingesetzt. Okay, das Spiel gibt mir mal wenigstens zu wenig Hinweise. Poten runter schließen geht nicht. Ach genau, da drauf zählen, nö. Vögel abschießen, wenn die Sonne hinter dir startet. Ich glaube nicht, dass es so ein zeitintensives Riesel sein wird. Das sieht hier verdammt schön aus, aber... Da war die Notiz, da ist dieser rote Mond. Richtung Sonne und jetzt muss da ein Vogel dran vorbeifliegen. Zack, habe ich die Aufgabe gelöst. Ah, ich werde hier noch blind. Egal, mache ich später. Gehen wir hier hin. Wir haben hier aber noch unsere Aufgabe. Fähre zu deinen Verbündeten zurück. Hä, warum muss ich hier wieder runter? Haben die mich nicht weggeschickt gehabt? Reise mit Kenji zur Grenze des Mongolenlagers. Okay. Ah. Auf einmal hat er ein Pferd. Wenn der mitreitet, dann reiten wir einfach so. Oh, diese Spieße sieht so hübsch aus. ... Ich habe mir das Bedeutung im Hintergrund geblieben. Ich habe mich nicht nur auf dem Weg geblieben. Ich werde mich nicht nur auf dem Fuggen verlettern, aber ich werde es nicht mehr für mich. Ich bin nur der Herr Schmerzen, oder? Ich bin nur der Herr Schmerzen. Ich bin nur der Arbeit, wenn man nicht überlebt, sondern ich bin nicht mehr Menschen. Ich bin nur der Herr Schmerzen. Ich bin nicht hier in der Erde. Ich bin nicht nur der Herr Schmerzen. Ich bin nicht für den Namen der Erde. Ich bin nicht für die Welt, Okay, danke, Grusel-Oma. Sekunde, ich muss hier eine Voodoo-Puppe scheinbar aufnehmen. Ja, da steht doch gerade was. Untersuchung. Lautes, frustriertes Knurren. Mit mir ist alles in Ordnung, Kenji. Mach dir keine Sorgen. Was ist jetzt für ein Kackwetter? Sekunde, Kenji. Muss flöten. So. Ja, jetzt können wir loswerden. Oh, geiles Wetter. Oh. 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 Cool, dass hier solche Sachen sind. Was man sieht so aus, der Verplatt noch so sehen kann. Oh. Ich finde es cool, dass du diese Story mit dir schaffst. Elemente bitte in die Open World mit eingebaut sind, wenn man noch so trotzdem so sich mit der Story durchgehend verbunden fühlt, auch wenn man nur ein bisschen am Erkunden ist. Wenn der Vogel mich jetzt da zu diesem Boge-Schießstand führt. Warum so manche Beta Twitch-Diode-Emotionen nicht verfügbar, weil ich nur 10 oder so auswählen konnte? Tut mir leid. Ich habe nicht so viel aufgetragen. Scheinbar mache ich Boge-Schießstand, Boge-Schießstand. Sorry, Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Schie-Puzzle, wie doch immer ist. Direkt aufgeben. 10 Sekunden. Reicht mir. Keine 10 Versuche gebraucht. So, erreiche das Suchgebiet. Nimm die Navigationskarten der Viper an dich. Okay. Hat sich schon überwuchert hier. Ich meine gar nichts mehr. Boah, sind da viele. Okay. Wenn jemand eine Samurai sagt, ich muss herausfordern. Ja, zwei Dolch hast du also. Was machst du damit? Gar nichts. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft man da angreifen darf. Was geht ab? Willst du mir ein Lied singen? Dann sing. Zu spät. Das war ja ne einfache Quest. Mein Banner. Triff Kenji. Klappe Roma. Wie ist die Story in diesem Game vergleichbar mit Red Hat Redemption 2? Also die Story hat mir gut gefallen. Ich hab Red Hat Redemption. Also der Red Hat Redemption ist halt so ein eigenes Level an gut auf jeden Fall. Das Rockstar Niveau wirst du nicht häufiger finden in das Spiel. Aber ich mochte die Story von Tsushima sehr gerne. Gibt aber auch Leute, die sagen, die sind kacke. Wurde in der PS5 wäre es dann visuell noch etwas verbessert? Möglich. Guck die Vergleichsvideos an, ich weiß es nicht. Also es läuft halt 4K und perfekte 60 FPS die ganze Zeit. Ist halt auf der PS4 noch nicht gewesen. Und das reicht mir auch. Das Spiel sieht ja so oder so schon großartig aus. Wie ist es? Wie ist es? Alles gibt's. Sie sind für einen Zeitpunkt. Sie müssen ein paar Zeit nach. Das ist das. Der Herr hat sich vor. Und dann ist das, was ich? Ich bin noch mal. Ich bin noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Also bin ich noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Ich bin auch. Fug! 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 Der Geist von Ikki! Das ist doch ein Happy End! Tag ist Mann der perfekten Landung. Erhalte nach einer erfolgreichen sicheren Landung Erschlossenheit. Was ist eine sichere Landung? Ich glaube nach dem runterfallen kann man irgendwie nochmal abrollen oder sowas. Das habe ich schon vergessen, dass es überhaupt gibt. Ja. Zack. Hinschreine. Die Winde von Ikki verbergen geheimnisvolle Schätze. Okay. Ja. Dann. Jin aus Yarikawa. Triff dich mit Tenzo, um das mongolen Kriegsschiff anzugreifen. Tenzo hat mich Fune und ihre Mannschaft von Plünderern vorgestellt, die einen aussichtslosen Kampf gegen den Adlerstamm führen. Ich habe sie überzeugt, dass ich Tenzo helfen kann, das Blatt zu wenden, indem ich ein mongolisches Kriegsschiff vernichte, das an der Küste von Ikki wütet. Let's go. Genug Ablenkungszeug gemacht. Oh, das ist ein Ort, der ist auf dem Weg. Den können wir noch mitnehmen. Äh... Versuchst du 100% machen, wirst du es DLC auf 100% machen. Äh... Jaja, klar. Mich musstest du auch nur GamePlus Stuff, glaube ich, machen, nochmal für neue 100%. Da den Trophäe habe ich theoretisch schon wieder. Weil da reicht das Grundspiel halt. Ja, das von vorne war ein Windschrein scheinbar, den ich da gesehen habe, genau. Also ich muss da vielleicht irgendwie einen Wind wehen lassen und das löst ein Rätsel oder so. So finde ich dann schon auch raus. Na, Heiko! Let's go! So, jetzt muss ich die Orte nehmen, die nie jemand nimmt. Oh, gute Tageszeit. Ich will das Reh angucken. Das nimmt jeder, das Reh. Kopf voller Speere. Kann ich was aus seinem Pferd nehmen? Nö. Ein guter Freund beim Grasen. Oh, da war längst noch ne Katze. Verdammt! Ich hab die Katze nicht genommen. Nishikyuma. Wenn du dich an den Kusaham-Tomo hattest, kommst du dich an. Und jetzt kommt die Kusaham-Tomo hattest du. Nishikyuma. 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 Stirnband der Akzeptanz. Nishikyuma. Sieht das dumm aus? Ja. Nishikyuma. 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 So. Dann können wir ja weiter gehen. Jetzt wo wir die Katze auch noch ausgewählt haben. Äh... Da lang. Genau. Kannst du schon einmal skandieren? Äh... Deine Meinung zu Stealth-Gameplay? Ich mag Stealth. Äh, irgendwie... Ich mag halt das Kampfsystem von Tsushima so sehr, dass ich nicht schleichen will. Das ist halt mein einziges Problem. Seid ihr Freunde? Bestimmt seid ihr Freunde. Okay. Ist daran so lustig, dass er mit einem Freund redet? Da unten wird er nicht sein. Ah, da hinten. Ah, hat sich aufgelöst. Wie mein Pferd da jetzt steht. Äh, das ist halt nicht so lustig. Ja, das ist halt nicht so lustig. Ja, das ist halt nicht so lustig. Was hast du gesagt, was hast du gesagt, was hast du gesagt? Geh, lass dich nicht so lustig. Das ist ein Flugzeug. Ich werde dich nicht mehr aufzuhalten. Gehen wir ein wenig. Bis zum Flugzeug kommt. Oh, kommt noch Katzi. Das ist gut. Die andere Option war dich zu treffen? Wie unhöflich kann man denn sein? Wir waren richtig am wegroasten. Tolle Stealth. Wo ist der Musiker? Toll, ich hab's nicht gedruckt. Bombe! Äh, es gab doch was anderes aus der Bombe. Hier hab ich nochmal gewechselt. Nein? Äh, damit, ne? Ja, Habtbombe. Haftbombe! Haau! Guck mal, Kippel-Kill. Wo ist der Musiker? Ach, da ist er. Bombe! Haau! Bombe! Okay. Der muss schon kämpfen, wenn er seine Accessoires einsetzen kann. Hm. Warum die Raketenwerfer? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Ich habe es vergessen. Du bist für dich zu sterben. Bleib! Aber wenn ich mit dem Wasser weggewasche die Oma. Chin ist kein optionaler Name. Nee, der Charakter heißt so. Schnell, schnell! Du bist für dich. Ist noch Stealth? Cool. Ah, es gab eine Taste für Kettenattentat, ne? Hab ich gerade gesehen. Nein! Keine Musik in meinem Haus. Ah, Papa, eh uncool. Da oben haben die eins, ne? Ja. Okay. So, und jetzt hier Kettenattentat, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah Klappe. Okay, gedoccht. War gut. Oh, nicht Lanze. Das ist doch voll schwer, das ist cool. Hallo? Ah, danke. Kicks. Wann gibt es diesen Dash? Welche meinst du? Ja! Inzwischen den drei Feinten? Achso, ne, den hat man im Grundspiel auch gehabt. Zeit zum Angriff. Warte. Warte! Warte! Legt euch nur mit mir an! Ich habe wirklich klar die Trophäe. Ich habe zu viele Skills. Aua. Ey, Junge tut aber trotzdem echt weh. Warte! Ja, gleich ran, gleich ran. Boah, die Musik ist nice. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, komm her, komm her, komm her. Zack! Noch mehr? Du, 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 du bist überhaupt thing to me. Genau, du wirst auch noch zu mir vor, das zu mir. Und du, 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 du h الب parecerне Schein. Das mit dir hältst du dir mit dir. Auch nicht zu mir, wenn du das geboren hast. Du, du hast mich gleich vorübergehend. Er ist ein Schiff, dann ganz Iki. Jinn aus Yarikawa. Er ist ein Schiff. Das ist nicht so glücklich. Nein. Ich werde mich nicht mehr ausführen. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich sage den Namen. Ich werde den Namen nur auf den Namen, und die Schlechner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner-Gerner. Ich werde mich nur aufsuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde ich nicht, wenn ich nicht... Das ist eine Scheu. Ich werde das Drei anrufen, wenn ich... Ich bin nur noch... Ich werde das nicht tun. Heute ist das nicht so, dass ich... ...hier zu tun, wenn ich mich nicht mehr will, ...dass ich mich nicht mehr schlafen. Das ist doch so, ich bin... ...und... 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 ...und ich werde mit ihm vor. Ganz schön viel Beef hier, ganz schön viel Drama. Oh, ich will damit prügeln. Darf ich? Der Duellring ruft. Ja, lass mich rein. Ja! Ich bin Kämpfer. Glaube ich tu mit dem Holzschwert weh. Wie gut? Ich muss vergessen, dass ich einfach nur den Wasserstil brauche und alle besiege. Da ist es. Am Anfang hat man einen Krieg gebraucht. Das ist genug. Da ist es für einen Bockstil. Da ist es für einen Bockstil, oder? Da war ich 13 Jahre alt. Hm. Das ist eine Wahnsinn? Nein, das ist ein Holzschwert. Es geht echt um fünf Treffer, okay. Aua. Punkt für Kai. Okay, okay, ich verstehe. Junge. Aua, Kai ist zu gut. Bonk. Kai ist so schnell. Bonk. Bonk. Ha ha. Ja, komm her, Kai. Glaube ich. Bonk. Oh, was hast du jetzt, Kai? Boink. Boink. He 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 he. Ho, boink. Willst du jetzt treffen? Nein. Boink. Aber das. Ha 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 ha. Ne, Inke, wir spielen nur das DLC, wie im Titel steht. Ghost of Tsushima DLC. So. Hallo, Duda. Willst du auch Bonk-Duell? Ich hätte ja allein für neun Kinder. verprügelt. Wer so dumm ist, hat Schläge verdient. Ho, 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 ho. Alle Kinder gleich mitprügeln, ja. Was? Ah, hier perrybare Angriffe. Uh. Uh. Wasserstil. Papa. Der Lifehack. Darf ich nehmen aber ein bisschen Abstand und mach Wasserstil? Was? Aua. 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 Okay. Aua. 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 Banswer till es. Aua. Achat. Aua. Achat. 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 Achat! Achat. Achat. Achat Achat. Achat đấy. Achat. Die ist ganz schön passiv geworden. Na, trau dir nicht mal mich ran, na? Jetzt drängel ich dich in die Ecke. Ja, geh doch zurück, ha? Ja, guck mal, die greift nicht Werner mit den letzten zwei Punkten. Sehr schön. Nächster. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oh, du siehst aus wie ein Meister. Ja. 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 Ich zeig mal was du kannst, zu Ohan. Was kannst du so? Oh, der kann treten. Kannst du nur treten? Ja, der tritt nur. Okay, was ist die Schwäche gegen jemanden, der die ganze Zeit nur am Drehen ist? Der... Au, 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 au. Jetzt hör... Auf! Junge! Au! So kriegst du keine Punkte, Junge. Wenn du nur denselben Kick machst. Nicht mal mein Perfect Dodge lässt mich im Treffen, er ist zu schnell. Äh, 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 aah! Wir brauchen eine spezielle Taktik. Halt! Aber welcher Kampfstil war denn das mit dem Dritten? Ah, guck, ich kann auch Dritte. Haha! Hiiii! Durchschaut! Papp! Traurig. Alter, das war soo easy. Einfach zuerst zu drehen. Okay, darf jetzt so'n Meister noch bekämpfen, weil ich alle besiegt hab? Jaaaa. Meistersau. Ja, komm her. Muss jetzt warten, bis er sich wohl hinsetzt, okay. Warte, warte, warte. Aber wenn der hier wie so'n Vogel ne bunte Kleidung trägt, muss ich ja mitmachen, ne? Das können wir ja... Das ist ja hier... So, was ist, was ist das Bunteste, was wir haben? Sind das alle? Na, das sind hier alle. Okay, aber wir hatten noch, äh... Kennst du die Kleidung? So. Ich weiß nicht, wie ich... Jaaaa, guck mal. So können wir uns duellieren. ... ... ... Ich bin so ein Kind. Wenn ich so ein Kind, dann bin ich immer, wenn ich so eine Jahre alt bin. Ich verstehe mich nicht mehr, dass ich mich sehr gut verlete. Gefühlt sich nicht so einen Schraub. Wenn ich mich mit einem Zügel gespft hatte, immer fangen zu zugegen. Ich habe mich mit einem Zügel in einem Zügel geschmeckt, aber es ist noch ein Blumen aus der Erde. Ich habe das Lügel geschaut. Zeig mal was du kannst. Au, wow, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Lass mich mal meinen Kampfski erst mal ändern. Ja, chill. Okay, du machst immer damit, ne? Okay, ja, ich verstehe. Junge, ist der ein dreckiger Kämpfer. Das wird schwer. Meister der Angelrute. Aua. Aua, der hat gewonnen. Aua. Der wirft nur Sand in meine Augen, der Junge. Ich komme, ich komme her. Okay. Ich habe das Problem gesehen, es war die Kleidung. Ich habe zu viel an. So. Kämpft mit mir. Oh. Das ging schnell los. Warte, wie habe ich einen Treffer bekommen? Ich habe zuletzt gehauen. Okay, okay, okay. Nein, warte, ich habe einen Punkt bekommen. Ich habe gewonnen. Okay, ich habe es falsch verstanden. Hier überfordert er war. Au, au, mein Rücken. Diese Flasche, die mich kurz betäubt, ist halt auch... Was haben die mit dem gemacht? Ja, ein Treffer für mich. Noch ist alles da für ein Comeback. Hawa. Hawa. Krämpfer 9.3. Hawa. Da hab ich auch noch ein Schrei. Oh, der hat dreimal rote Moves gemacht. Hat was gelernt. Nächstes Mal. Immer vergehen fünf Stunden nach jeder Niederlage. Schwarz-Weiß? Okay. Äh, Anzeige war es, ne? Karakuse, also. So, wer gewinnt den Film. Feuer! Konter! Feuer! Und gewonnen. Flawless Victory. Feuer! Das war's! Dane. Wow! Jaaah! Jaaah! Oh, was das mit deinem Mann war? Jaaah! Waddup! Wie? Waddup! 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 Und so gewann der Held, schaltet wieder nächste Woche ein, wenn es heißt Bokutu im Sandring. Das Turnier der geheimen Bucht. So, jetzt kriegt er wieder Farbe. Zum Beispiel ich darf. Wir haben Holzschwert freigeschaltet. Das ist cool. So. Perfekt hier hin, die versteckte Beweggründe und geheime Absichten verbergen. Ist wahrscheinlich ein normales Schwert aber drin. Ah ja, Kleidung anziehen, ne? Ha. Ja, so ist viel cool auf Stufe 1. Wandernde Samurai. So, und die sollen dann irgendwelchen Klippen treffen, hat er gesagt, ne? Blitze mitten des Sturms. Satteltasche. Stammesschrecke. Ne, das ist Story. Kämpfe gegen die Viper erneut spielen. Guck mal. Ich kann das Duell gegen die Viper noch holen, obwohl ich gegen die Viper nie gekämpft habe. Cool. Gönnen wir uns die Viper. Guck mal. Das ist das Wettbewerb. Aua, wir haben uns gegenseitig aus. Oh, da macht er auch den Sand-Move. Uh, nice appease. Oh, ich bin nicht perfekt gedocht? Doch, bin ich. Haha. Ah. Wag es nicht, deine Klinge gegen mich zu erheben. Aua. Aua. Auch bei dem Dreck-Move. Ist gemein. Papp. Nein. Ja, und dann ist der Kampf vorbei scheinbar. Haha. Hallo, wo bin ich? Äh. Was ein... Schönes Ende. Das wäre, wenn man gemein gewesen wäre scheinbar in den Dialogen. Okay. So, wo hat er gesagt? An irgendwelchen Ost-Klippen oder sowas, ne? Ich will den treffen. Der hat gesagt, der hat mir Kleidung versprochen. Go, chat. Ich glaube an euch. Ja, hat er auch so gesagt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Deswegen... Äh, irgendwo hier. Ist keine Markierung da. Rote Farbehändler. Oh. Moment. Wir gehen zum rote Farbehändler erstmal, den ich scheinbar übersehen habe. Seit wann spielst du Ghost of Tsushima wieder? Seit heute, seit ich das DLC neue spielen kann, was, äh, in einer halben Stunde rauskommt. Immer wir zu sagen. Ich muss irgendeine Rollentaste drücken oder so, ne, beim Springen. Warum kann ich meinen Wind nicht benutzen? Das Feature, was mir sagt, wo ich lang gehen muss. Wo ist der rote Farbehändler hin? Hä? Da wird doch gerade markiert. Ist es so ein fahrender Händler? Ja, ja, das ist wie kein Funktionsprogramm-Springen an. Ich hab gesagt, ich gucke das an, dann gucken wir es an. Äh, wo ist es denn? Erstmal kurz den Monitor wieder wechseln, stimmt. Kurze Pause. Wenn ihr aufs Klo möchtet, könnt ihr aufs Klo gehen. Wenn ihr schlafen gehen wollt, könnt ihr auch schlafen gehen. Gucken wir uns kurz mal das Destiny-Update-Zeugsel an. Äh. Wo finde ich das denn da? Ja, 5000 Wörter, als würde ich die alle lesen. Ich scrolle da durch und dann kriegen wir das schön. So. Da rein kopieren. Äh, wir müssen, glaube ich, zu tun. Da, hier. Nicht wundern. So. Ha. Guck mal. Destiny-News. So. Äh. Wir reden über Waffen. Weapon-Tuning. Ich gucke kurz ein bisschen Destiny-Zeug an. Also, nicht wundern, ne? Kurz nur drüber gehen. Erklärung, was Begriffe sind. Okay. Ja. Ich weiß, was Waffen sind und was Hitscan ist. Legendäre Stasis-Waffen in der nächsten Season. Genau. Stasis-Power-Waffen sind im Power-Slot. Aber alle anderen Stasis-Waffen sind im Kinetik-Slot. Okay. Weil im Energie-Slot sind ja schon, äh, Solar, Arcus und Void-Waffen. Und dann kommen halt die neuen Waffenarten in den Primär-Slot. Stasis-Waffen machen standartmäßig nichts anderes. Aber es sind die einzigen Waffen, die mit Stasis-Perks droppen. Stasis-Waffen kriegen so Verlangsamerungen, so, oder PvP, äh, Einfriereffekte. Mit nem Kill-Trager. Okay, klingt cool, klingt cool. Äh, alle Primär-Waffen haben unendlich Ammo. Das haben die auf Reddit schon vorher gecault. Nice. Ähm. Ich kann hier nicht alles durchlesen, sonst sind wir hier zwei Stunden, ne? Breach-Grenade, Leute, das ist... Ja, okay, haben einen Granaten-Werfer ein bisschen genervt. 15% mehr Schaden gegen leichte Gegner von Scouten-Tent-Cannons, nehm ich. Okay, hier sind nur die Notizen, und hier steht, was sie gemacht haben, glaube ich. 15% Damage-Bonus. Touch-Time ein bisschen erhöht und gekürzt zwischen den verschiedenen Typen. Die Jungen haben die viele gerne... So, was haben die an... Xenophage. Langsamer gemacht. Und kriegt generell weniger großen Buff als andere Maschinen-Guns. Cool. Äh, Anarchy. Macht 30% weniger Schaden an Bossen. Okay, spiele ich nicht mehr. Und... Ich kann immer noch Witherhort spielen, also ist so egal. Spiel ich halt die andere. Und... Ja, Muni-Magazin ist von 26 auf 16 gesenkt worden, das ist verständlich. Aber 30% weniger Schaden ist dumm. Na gut, spiele ich die halt nicht mehr gegen Bosse. Na, gegen Champions funktioniert es noch gut, immerhin. Ha, 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 Mythoclast. 40% Buff. Sehr schön. Move a Catalyst to Grand Stability and Damage after a Kill. Boah, die macht ja dann... Boah, und die Feuerrate auch noch erhöht. Boah, und beim Wegstecken behält die alles. Boah, die Mythoclast ist ja spielbar. Verrückt. Die war einfach so Müll davor. Ist auch nett. Ja, krass. Viele Perks überarbeiten. Hiring Line habe ich niemanden gesehen, der es benutzt hat. Großartig. Ach, cool. Cool. Explosive Payload macht... Extra Schaden jetzt mit Kill Club Rampage und sowas. Scheinbar. Ja. Okay. Dann zeigen sie nur ganz viele Waffen. Internation-Zeug. Und Artists. Okay. Hab das Wichtigste gesehen. So. Jetzt können wir weiterspielen. Wie viel hab ich vertrieben? Ich hab gesagt, ich guck kurz durch, also musste ich's machen. Äh. Ach so. Ja, Mythoclast wird lustig auf jeden Fall. Nächste Season, das stimmt. Hm. Dann machen wir Story auf jeden Fall morgen weiter, wenn jetzt so viele schon gegangen sind. Das klingt nach einem Plan. Dann gehen wir mal da rüber. Versuchen wir den Typen jetzt zu finden. Und andere Sachen noch zu entdecken. Und durch den Satz sind nochmal 200 gegangen. Ja, machen wir dann morgen früh weiter. Dann machen wir alles fertig und dann wird immer den Tag durchgestreamt. Wir sollen Waffen ruhig zu stark machen, der Fahrer ist. Das ist doch der Spaß daran. Können sie ruhig den Monat stark lassen, dann nerven. Fertig. BVP wird nur jeder damit rumrennen. Zeit für ein Duell. Wann ist das schlimmste Morgen? Äh, elf, zwölf rum, denk ich. Vielleicht ein Uhr. Aua. Können wir nochmal? Oh, ich hab Verbündete hier. Danke. Zehn Leute prügel auf den einen armen Mann an. Äh, was bringt ihr da weg, das Cut? Äh, die Insel hier unten? Ein bisschen mehr Mehrspielern-Content. Oh, ich glaub, den kriegt man auch so mit dem Patch. Also, I don't know. Kannst du bestimmt googeln, dann kriegst du eine gründliche Liste. Aber hauptsächlich das DLC hier. Ich glaub, auch Lip Sync für das gesamte Spiel. Auch in japanisch. Sonst war nur amerikanisch Lip Sync bei den ganzen Charakteren. Also, dass sich die Lippen passend bewegen. Was mir nicht mal aufgefallen ist, ganz ehrlich. Okay. Bin ich jetzt in der L... Achso, das war ein Glühwämmchen, nicht der Vogel. Oh, Oma. Was willst du denn jetzt schon wieder? Erinnerung an eine Vorahnung. Hm. Hier ein bisschen Story mit dem Vater. Ich glaub, so ein Fabelwesen im Real Life. Nee. Kein Schweinbeermann. Nee. Kein Schweinbeermann. Okay, warte, ich geh ins Menü. Ich kann keine Rüstung anlegen. Warum nicht? Ah, da drüben ist er. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Äh, ja, Gombari, du hast viel verpasst. Ich würde dir raten, einfach mal anfangen anzugucken. Anfang war sehr cool. Aber story-technisch haben wir auf jeden Fall auch noch viel vor uns. So ist es nicht. Hier ist es. 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 Was hast du gegen meine Rüstung? Hallo? Was ein netter Vater. Erinnerung an eine Vorahnung. Okay, da ist wieder das Symbol. Der mysteriöse rote Farbenhändler ist zurück. Gute Nacht laut Haja. Hallo, bis Mitternacht könnt ihr doch noch durchhalten. Ich hab doch gesagt, die machen nicht so lang. Weiche Eier. Das ist mir egal. Können wir den Rest noch in der Aufzeichnung gucken? Hating on sleep. Schlaf ist für die Schwachen. Wie wollt ihr denn alle Samurais werden, wenn ihr jetzt ins Bett geht? Ist doch noch da. Auf meine Markierung zu löschen spiel. Scheinbar bewegt der sich echt oder sowas. 40 Meter hier runter. Ja, rollen geht. Ne, der hat doch sogar da ne Hütte. Da ist er. Rüstungsfarben. Guck mal, die sind alle kostenlos. Sarugami-Rüstung kann er mir sogar rot färben. Man sieht halt nichts, weil der Ort so dunkel ist, aber egal. Ach, der Rest kostet was. Nein! Sag das mir doch. Samurai-Clan-Rüstung. Okay. So, ein cooles Oberteil. Reiner Mut. Masken. Ah, ne rote Hundemaske. Ne ultra gruselige Maske. Ein blutroter Strohhut. Was ist das für Schwerter? Sakai-Katana. Cool. Warum darf ich deine Kleidung nicht haben? Das ist doch einfach die Wanderer-Kleidung in Rot-Gold. Okay. So, jetzt können wir hier nochmal gucken. Kleidung. Können wir die nochmal in Rot. Die Affen-King-Rüstung. Joa, ist nicht so cool in Rot. Das hier sieht cooler aus. Ja, es sieht halt viel edler aus. Wo ist diese Knochenmuskel? Blind bin ich scheinbar. Schnellreise einfach schneller als Maskenladen. Ah, da rache das Skeletz. Wo ist die? Ja, die ist cool. Ja, brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Blumen. Aber dann können wir uns hier jetzt ein paar Sachen kaufen. Und jetzt kann ich auch hier schnell reisen. Das ist die Ostküste, ne? Da wo er mich treffen wollte. Gibt's nichts in Lila? Wenig. Generell lieber cool als Lila. Muss nicht in jedem Mehrspieler spielen. Da laufe ich lieber Lila rum. Ingefähr ist es nicht so wichtig. Äh, Martix... Äh, oder MartiXD. Wir waren gerade bei dem Typen. Ich muss nicht sagen, wo glaubst du. Wir haben gerade mit ihm geredet. Wieso es keinen Zylinder gibt, weiß ich nicht. Wird ja perfekt in das Setting passen. Kann mir nichts passenderes vorstellen. Oh, was ist denn hier? Wir wollten mal Tempel. Sprich mit den verängstigten Tempelhüterinnen. Gehen wir einfach heimlich hier zur Seite und reden mit dir. Hallo. Sch... Ich habe mich überrascht, aber... Ich werde hier herausfinden, als auch noch andere. Gut, aber... Aber ich werde nicht sterben. Ich habe nur die Rede des Wortes gebeten. Alles klar. Dann bin ich an den Geist, und ich schaue ihn. Ich werde ihn in der Nähe des Wortes suchen. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Okay, erstmal hier ein bisschen sparen. Da wirkt alles cool. Da wirkt alles gut. Erstmal Durchfall. Des Adlers Betreuer. Ja, der quält die einfach so mit negativen Gedanken, bis sie sich ihm anschließen. Dann kriegen sie nette Gedanken. Von dem Gift. Casual Wehr bekommen. Cool. Erfahre mehr über den Betreuer. Hallo. So? Wir sind, aus dem Schen und von Kürben zur Nase ber ich geholfen habe. Seitdem ist er von diesem Kürben. Warum habe ich mich mit dem Kürben zu herausgekommen? Herr Kürben ist der Kürben. Sie hat ihn gesagt. Sie spüren, des Wortes Wortes zu besuchen. Ich habe mich mit der Nase mit ihnen geholfen. Keine Frau, wenn ich einen Kürben will, für diese Steinden nicht nur gewonnen habe. die Sie mit uns nur hatten. Sie haben immer wieder geholfen, Sie können nicht das nicht mehr networksen. Denn dann kann man sich ans�en, Das war's für mich. Ich spiele nicht nochmal durch, ich spiele das neue DLC, was in fünf Minuten erscheint, so gesehen. Ah, Adlerfrau, nein, lass mich in Ruhe! Okay, die bringt Essen. Da hinten muss ich was, scheinbar ja... Oh, Kami! Oh, Kami! Oh, Kami! Oh, Kami! Oh, Kami! Blume. Blume. Äh, was soll ich machen? Charamea, überall die wird heuer. Ah, hier reden soll ich. Ja, einfach rein sneaken. Irgendwo wird es dir hier ne Lücke geben. Ja, eben. Rein da. Hol dich aus, bis die Betreuer einschlafen. Da oben. Okay. Bei den Zelten. Und dann befreien wir alle. Hey, Shinzan, oder? Geh hier. Ist auch wieder paradox im Chat. Einer vor einer Minute. Zombie, warum heute keine Cam? Im Titel steht keine Cam. Eine Minute später. Zombie, warum steht da extra im Titel keine Cam? Genau wegen den Leuten, die das fragen. Und beide sind einfach nervig. Hahahaha. Hahahaha. Untertitelung. BR 2018 Ich dachte, ich konnte schon umbringen oder sowas. Ich rette Dorfbewohner. Und surfe ein bisschen über den Boden. Als ob hier einfach so keiner da ist. Gutes Wachsystem. Ich kann halt einfach rausgehen, legitim. Hier ist niemand. Hallo. Warum sind die schon hier? Äh. Puh. Was kam denn auch so schnell hier rein? Puh. Stealth. Theoretisch war es Stealth. Wir haben immer noch keinen Alarm. Da läuft einer. Und er belästigt eine Dame. Hör die Sorge. Er schläft. Ja. Ah, Nieto hat gesagt. Bitte helft mir. Ja. Hallo. Ritten. Ja. Okay, gnädig zu ihm sein, also schnell umbringen, griechen. So, und das ist der Bruder. Den kriegen wir auch gleich gerettet. So, hallo. Okay, nice. Haben wir jetzt alle? Betreibe die Mongolen. Ah, da oben einfach alle ausschalten, okay. So, da sind zwei Bros. Hast du da was gesehen? Nein, hast du nicht. Giftpfeil, Halluzinationspfeil. Stealth. Halluzination. Okay, der ruft jetzt alle her. Oder Verstärkung. Falsch, klapp. So, kümmern wir uns um den da. Oh, ja. Oh, ja. Sehr schön. Gehen wir schnell hier rein und reden mit dem Mönch. Ganz freundlich, falls ihr überhaupt noch lebt. Ja, da war ein Handy-Kammer da. Ach, da liegt er ein bisschen zusammengeprügelt. Hallo. Da war ein guter. Nein! Ich habe das, was ich. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen! Entschuldigung, dass ich hier bin. Aber ich habe den Schmuck, dass ich auch nicht verletzen bin. Ich habe das Gefühl, dasselbe ist. Ich weiß nicht, dasselbe ist. Ich weiß nicht, dasselbe ist, dasselbe ist. Ich weiß nicht, dasselbe ist. Ich weiß nicht, was ich? Läht mich nicht, dasselbe. Ich werde mich nicht verletzen, aber das Video zu kriegen, ich werde mich nicht mehr dringend. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht... Ich werde mich zu erinnern, wenn ich mich nur vorige. Ja, leisten wir ihm ein bisschen Gesellschaft. Ja, leisten wir ihn. Du bist erledigt. Des Adlers Betreuer. Harles, meine tödlichen Rückkehr. Erhalte nach Einsatz von Eisernen Welle Munition für deine derzeit ausgerüstete Schnellfeuerwaffe. Okay. Du musst kurz dahinter laufen und dann können wir den Stream beenden. Blume. 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 Ein Vogel da im Bild. Ja, Fokus ist dann zu nah sein. Ja. Ah, man kann Schwertschimmer hochstellen. Cool. Das macht man damals nicht. Was sind die Stempel? Hier. Ich sehe die Stempel. Ah, die tauchen erst auf. So nach und nach. Oh, lol. Guck mal. Es gibt einen Halluzinationsfilter. Cool. Kamerafahrt. Kamerafahrt. Nice. Ja, Leute. Dann war es das mit einem weiteren Ghost of Tsushima Stream. Wir sehen das Laub wild umherfliegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es war sehr spaßig. Wir machen morgen direkt weiter. Gewitter. Gewitter. Und, ja. Wollen mich auf morgen weitermachen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ihr könnt ja auch seit 11 Minuten theoretisch selber spielen. Gönnt euch. Wir schauen morgen auch noch die Mehrspieler dann an. Oder übermorgen. Irgendwie die Tage. Machen wir alles fertig. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Der Regen ist echt laut. Das war sehr cool. Bis dann. Herr Zimbelmann. Tschüssi. 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 Tschüssi.